Musik Es ist der 26. April 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und heute ist nichts weniger als der Tag, den viele Girls Day nennen oder manche auch Zukunftstag Jugend oder wie auch immer. Jedenfalls ganz herzlich willkommen. Das Problem ist, dass wir hier heute leider keine Girls am Start haben, denn wenn ich wir sage, dann begrüße ich erstmal mit mir meinen lieben Mitsendegärtner, den Sebastian. Guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und bei uns ist, wir beide sind alleine, wir sind die einzigen Gärtner heute, wir müssen auf die restliche Crew leider, leider verzichten. Es hat tatsächlich auch mit dem Girls Day zu tun, denn einige unserer Mitgärtnerinnen waren heute so eingebunden in Aktivitäten zum Girls Day, dass jetzt am Abend keine Kraft mehr übrig ist. Und der liebe Lars, der uns ja sonst immer so begleitet, der ist gerade auf Audio Safari sozusagen bei der Internationalen Luftausstellung. Der sammelt Töne über Weltraum und Raumfahrt und Luftfahrt und, na Luftfahrt weniger, aber mehr so Raumfahrt. Und also ihr könnt den Kanal auf Distanz verfolgen, da gibt es regelmäßig alle paar Stunden irgendwelche oder paar Minuten irgendwelche Updates. Also der ist da unterwegs, hat sich für heute Abend freigenommen. Aber wir haben, auch wenn wir zwei nur zwei Stimmen sind, haben wir einen Mann da, der ganz viele Stimmen in sich trägt. Wir begrüßen ganz herzlich den Johannes Wolf. Guten Abend Johannes. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf. Ja gerne, sehr gerne. Das weißt du doch, dass wir dich immer gerne hier dabei haben. Ich habe mir jetzt übrigens mal überlegt, wie wir diese Sendung nennen können. Normalerweise überlege ich mir das immer erst hinterher, aber weil du da bist, habe ich gedacht, da gucke ich doch mal, was Blumenfreund auf Esperanto heißt. Das würde doch passen, habe ich mir gedacht. Blumenfreund? Ja, hast du eine Idee? Was kam raus? Ne, Blumento, Pferde. Ne, Blumen, Blumen, Ne, Blumen nicht, wenn dann Flower wahrscheinlich. Ja. Floweros, Flower, keine Ahnung. Wir können ja mal ein bisschen. Flowero, Flowero, äh, Forendo. Ne, ne, der freund mehr so ins Lateinische. Ah, da bin ich zu schlecht. Amicus, glaube ich, heißt das, ne? Ist das nicht Amicus, der Freund? Oh Gott, ich habe mein kleines Latinum abgesessen. Könnte aber auch eine Pflanze sein, ne? Der Amicus. Ja, genau. Verdammt, ich habe den Amicus heute noch nicht gegossen. Die traurige Büropflanze Amicus. Selten gegossen. Ah, Weltapfer durch. Genau. Also es wäre Florei, Florei Amicon. Florei Amicon. Ja, wäre doch schön. Hübsch, ne? Ich denke, wir können diese Sendung so nennen, falls du dich damit auch identifizieren kannst. Ja, durchaus. Gut, prima. Ja, du bist gekommen, um uns zu erzählen von alten Projekten, von neuen Projekten. Und ich habe das heute Mittag gesagt, dass du unser Gast bist. Also über Twitter habe ich das vorbereitet. Und es gab recht viele Rückmeldungen, weil Menschen sehr neugierig sind auf das, was auf sie zukommt. Weil du ja eines der populärsten Projekte, Puerto Partida, im Podcast-Land geleitet hast. Und wir werden da heute noch ein bisschen länger drüber reden. Wenn du schon was erzählen darfst, kannst. Genau. Schön. Ja, natürlich. Wir packen jetzt gnadenlos alles raus, was möglich ist. Und danach stehe ich natürlich dem Chat noch für weitere fünf Minuten als Salesorger zur Verfügung. Keine Ahnung. Also, verteilst du Autogramme? Autogramme? Ja, Audio-Autogramme. Das wäre doch mal was. Ich meine, wir hatten gerade schon den Stream ohne Ton oder die Fotostimme. Jetzt könnte man doch auch noch Audio-Autogramme verteilen. Audio-Autogramme. Sehr schön, ja. Vielleicht. Wie hießen die noch? Rudigramm oder Rapigramm? Genau. Und dann zu den Leuten, was gesungen hat. Wie könnten wir die denn bei dir nennen? Johigramm? Nee. Okugramm? Kugramm. Kugramm? Kamygramm. Nee, keine Ahnung. Also, bis zum Ende der Sendung überlegen wir uns noch was, damit wir dich auch entsprechend anmoderieren können. Ok. Gucken wir uns jetzt erstmal auf die letzte Sendung, was dazu als Rückmeldung eingegangen ist und kommen wir mal zur neuen Ernte. Die letzte Episode, die Folge 49. Ach, das erinnert mich ja gerade daran, dass wir heute in der Folge 50 sind. Das ist ja quasi wie so ein kleines Jubiläum, was wir hier feiern. Es ist ja schön, dass du unser Jubiläumsgast bist, Johannes. Ja, da freue ich mich, weil drum habe ich ja auch kein Audiogramm gerade vorbereitet. Oder ein Zyangramm, wie hier unser Chat meint. Zyangramm. Also ein Gramm-Zyarn, genau. Dieser Chat. Übrigens herzlichen Glückwunsch von mir und meinen Freunden und Hörerinnen und Hörern. Zum 50. Zum 50. Ach so, zum 50. Ja, ja. Ist der Einzige, der es gemerkt hat. Also danke viel, dass du darauf gedacht hast. Das ist so toll. Ehrlich gesagt hat das Chat-Team hinter mir mir einen Zaunpfahl gewunken. In den Rücken gerammt, meinst du? Genau. Ja, ach so, da kann ich noch gleich dazu sagen. Also heute ist alles ein bisschen durcheinander, aber naja. Wir sind, wie wir sind. Diese 50. Sendung, ich bin ein bisschen angeschlagen und war nicht ganz sicher, ob ich heute Abend überhaupt hier so sitzen mag und möchte. Aber weil ich wusste, dass wir diesen wunderbaren Gast haben und der Zeitpunkt so gut gewählt ist da, aus Gründen, die ihr noch erfahren werdet, da habe ich gedacht, da müssen wir es halt doch machen. Aber ich habe mir erlaubt, meine Vorbereitung ein bisschen zu kürzen und es sind die Setzlinge dem zum Opfer gefallen. Also in dieser Folge wird es keine Setzlinge geben. Hörerinnen und Hörer, die noch nicht begrüßt worden sind, die möchte ich an dieser Stelle nachholen, herzlich willkommen, die auf die Setzlinge hoffen, die können an dieser Stelle ausschalten, diesmal wird es keine geben. Wir haben Blütenschätze zusammengetragen, aber für Setzlinge fehlte einfach Zeit und Kraft. Entschuldigt bitte, aber bevor wir die Sendung ganz ausfallen lassen, streichen wir lieber an der Stelle ein bisschen was heraus. So, jetzt aber endlich zur 49, die vor 14 Tagen gelaufen ist. Und da muss ich ein kleines bisschen, was heißt ernster werden, aber ich brauche mal eure Meinung. Und zwar haben wir einen Kommentar bekommen, nicht nur einen, erstaunlicherweise. Also die Sendung mit dem Lindwurm, wie heißt er denn jetzt wieder, Mirko Blitz, mein Gott. War auch schon entzogen als Kandidat bei WBP. Wegen dem C und dem K im Namen, was ich natürlich brav verwechselt habe, war ich gerade bei Marc. Ich wusste aber, Marc ist es nicht. Marc war es nicht, deswegen kann ich auch nicht auf Mirko, Entschuldigung Mirko. Ist das nicht Marco? Wer jetzt? Der Herr Blitz? Mirko. Mirko? Mirko Blitz. Okay. Möchtest du ihn Marco nennen? Naja. Guck mal nach. Okay, also. Ist ja schlimm. Mirko ist richtig, ja. Sehr gut. Mit K oder mit C? Nächste Frage. Also Erik im Chat sagt Mirko mit K. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Doch, das ist richtig. Mirko ohne Kuh. Das ist auf jeden Fall richtig. Jetzt aber jetzt mal zu dem etwas ernsteren Teil. Und zwar haben wir dazu Rückmeldungen auf der Kommentarseite bekommen, was ja doch eher selten passiert. Und zwar zunächst von Marlies. Marlies schrieb. Hallo ihr Lieben. Leider war euer Gesprächspartner diesmal sehr eigen und seine Gedanken und Äußerungen sehr unsympathisch. Schade, dass das Gespräch so lange aufrechterhalten wurde und dass diesem Unsinn eine Plattform geboten wurde. Wer soll davon profitieren? Ich drücke euch die Daumen, dass ihr mit eurem nächsten Gast mehr Glück habt. Freundliche Grüße Marlies. Das bin ja ich der nächste Gast, ne? Genau. Schauen wir mal auf, wer mit dir mehr Glück habt. Dann hoffen wir mal. Dieser Kommentar, der hat mich ein paar Tage lang begleitet. Ich wusste nicht so genau, wie ich darauf reagieren sollte. Denn, ich möchte das gerne erklären, also dass sich Marlies hingesetzt hat und hat diese Schranke, diese Barriere zum Hinsetzen und Aufschreiben überwunden, das bedeutet ja, dass ihr das ziemlich wichtig ist, dass sie das mitteilt, was sie da hat. Also, es ist ihr der Sendegarten wichtig, es ist ihr Inhalt wichtig und sie möchte uns mitteilen, wie es ihr gefallen hat. Das rechne ich sehr hoch an und finde das aller Ehren wert. Aber ich kann mit dem Inhalt so wenig anfangen, weil es eine Geschmacksäußerung ist. Wir haben mit jemandem gesprochen, der ihr nicht liegt, der ihr nicht gefallen hat. Das, was er gesagt hat, hat ihr nicht gefallen. Ich würde gerne aus dem Feedback irgendetwas herausziehen, sozusagen im Sinne von, was kann man besser machen. Ich weiß aber nicht, was man da ändern kann. Ich kann ja nicht den Geschmack aller Hörerinnen und Hörer im Vorfeld erforschen und gucken, ob das passt. Also, ich bin sehr hilflos gewesen mit dem Kommentar, habe dann geantwortet, damit sie sieht, ich habe das wahrgenommen. Ich habe immer gesagt, es tut mir leid, dass das ihren Geschmack nicht getroffen hat. Aber ich weiß, mit so einer Rückmeldung, obwohl ja, da steckt ja was dahinter. Also, da ist jemand, der möchte sich einbringen, der möchte gestalten, mitgestalten, aber damit kann ich nichts anfangen. Wie würdest du das sehen, Sebastian? Ja, also, ich konnte es auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber wie du schon sagtest, genau, es ist eine Geschmackssache. Und wenn man mal weiterguckt, wenn man noch weitere Kommentare dazu bekommt, da gibt es dann ja auch einen Kommentar, der komplett ins Gegenteil geht und sagt, das war irgendwie ein toller Gast. Ja, ich denke, das ist halt so. Also, es gibt halt Menschen, die polarisieren halt und dann ist das, das wird man nicht ändern können. Ja, das ist dann, also, die Hälfte in mir hat gesagt, ja gut, das Problem ist bei Marlies, die kommt halt mit dem nicht klar, muss ich mich nicht drum kümmern. Die andere Hälfte in mir hat gesagt, Mensch, das ist eine Hörerin, die macht sich Gedanken um die Sendung, die möchte mitwirken, das muss ich doch irgendwie aufnehmen und ernst nehmen. Und ich finde da kein, ich finde nicht, ich finde nicht, wie wir das irgendwie auch zusammenbekommen. Also, ich kann nur wirklich sagen, danke Marlies, habe ich gehört, aber ja, der Nächste bitte. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war auch so ein bisschen diese konstruktive Kritik insofern, dass ich noch darauf eingegangen wäre, weil der Mirko hatte dann ja auch geschrieben, worauf sie sich denn genau bezieht. Und darauf kam jetzt leider keine Antwort, sodass man jetzt auch gar nicht so genau weiß aus diesem langen Gespräch, was, welche Position oder welche, welche, wo sie halt Probleme sieht oder was ihr jetzt da irgendwie missfallen hat. Genau, es war ja doch ein sehr langes Gespräch und waren ja auch sehr viele persönliche Dinge dabei. Also, von daher schwierig zu sehen, was jetzt genau das Problem war. Also, ich habe jetzt auch noch nicht nochmal alles nachgehört, aber ich habe nicht in Erinnerung, dass da jetzt irgendwas super schlimm ist oder gravierend ist, was wir jetzt auf jeden Fall hätten stoppen sollen. Hatte ich jetzt nicht das Gefühl, auf gar keinen Fall. Es war eigentlich ein sehr schönes Gespräch. Aber gut, wie du schon sagtest, es ist halt so ein persönliches Ding, Wahrnehmung wahrscheinlich. Ja, um mal formalisch so ein bisschen wegzukommen, ich erlebe das ja schon gelegentlich, dass im Internet, also bei Twitter vor allen Dingen, dass dann Leute ihre Meinung sagen und also zu irgendeiner Sache, eine Sendung, eine Episode wird produziert und dann wird gesagt, lass aber eine Scheiße so und das ist eine Meinungsäußerung. Da kann der Macher oder die Macherin wirklich nur sagen, ja, habe ich gehört, danke. Aber wie du schon sagst, es fehlt das konstruktive Element. Also, was ist das Problem? War zu viel Musik drin, zu wenig? Nicht wahr, dass die, was weiß ich, man hat irgendwie dran geschrieben, wir reden über das Wetter und dann hat man aber nur über Autos geredet, haben alle das Thema verfehlt oder irgendwas. Aber oft ist es ja so und ich finde es halt schade, in dem Moment, wo Menschen tatsächlich sich angespornt fühlen, so, ich habe jetzt den Impuls, ja, ich will denen was mitteilen und dann ist das, aber dann bleibt das irgendwie so, so ohne Nachhall. Also, ich kann wirklich nur jeden verstehen, der dann sagt, ja, danke, habe ich gehört, aber ändert nichts. Fragen wir mal den Mann mit den vielen Stimmen. Johannes, wie hast du sowas schon erlebt, solche Situationen? Also, es ist halt, wie du sagtest, man kann nicht immer den Geschmack hundertprozentig treffen. Man weiß ja auch nicht im Vorfeld, wen man da einlädt, im Sinne von, wie jemand tickt und will das ja auch gar nicht abfragen und ich habe ihn eigentlich als sehr netten, sympathischen Kerl auf verschiedenen Veranstaltungen kennengelernt, vor allem auf der Subscribe und auch beim CCC. Von daher kann ich jetzt auch nichts zu seiner Weltanschauung oder so sagen und ja, man kann halt nicht immer nur seine eigene Timeline in einem Podcast abbilden, sondern man muss halt auch manchmal zulassen, dass es auch andere Meinungen gibt. Und ich sag mal, grundsätzlich ist sie ja Fan von, oder zumindest ist sie ja interessiert an dem Format und wird wahrscheinlich auch weiterhin euch zuhören und ja, man kann da eigentlich recht wenig machen. Ja, komisch. Man kann, was ich immer ganz gern bei PP gemacht habe, ist, dass ich den Leuten persönlich nochmal geschrieben habe, also eine Mail oder eben wie du es jetzt gemacht hast in den Kommentaren, weil das nicht unbedingt immer dann in der Öffentlichkeit breit diskutiert werden muss. Und dann, aber, also, weil es jetzt bei unserem Format, das ja durchstrukturiert ist, auch anders reinpasst zum Beispiel als bei euch. Ja, kann man nichts machen, ne? Es tut mir leid, aber... Ja, eben, also, also, ich möchte nur, deswegen habe ich es nicht persönlich, sondern jetzt hier relativ öffentlich gemacht, ich freue mich über jede Zuschrift und ich freue mich auch, wenn mir jemand sagt, das war gut oder das war schlecht, aber bitte erwartet nicht, dass wir jetzt das Programm oder unsere Arbeit, unsere Vorgehensweise aufgrund von Meinungsäußerungen ändern. Denn das, da fehlt dann einfach die, der Hebel, also, wo man sagen kann, ja, okay, ich verstehe das Problem, ich weiß ja gar nicht, wo das Problem liegt in meiner Geschmacksäußerung, denn das ist das Problem. Wenn ich eins noch einfügen darf, ich habe jetzt wieder Kontakt zu jemandem, der sehr konservativ ist, also so von meiner grundsätzlichen Einstellung eigentlich komplett auf der anderen Seite. Wir mögen uns aber privat und wir telefonieren jetzt ab und zu, um einen sogenannten Realitätsabgleich zu machen. Wow! Um eben auch mal, um eben auch mal verschiedene Ansichten zu bestimmten Themen zu verstehen oder eben auch nachvollziehen zu können und das finde ich sehr spannend, weil das natürlich auch, selbst wenn man wirklich anderer Meinung ist und weiß, okay, bei dem Punkt kommen wir nicht auf einen Nenner, ist das sehr spannend, eine andere Ansicht einfach mal dazu zu hören. Also mir hilft das total, um meinen Horizont quasi zu erweitern, auch wenn ich vielleicht mit dem einen oder anderen nicht einverstanden bin, finde ich es eben toll, eben auch mal die Realität eröffnet zu bekommen. Ja, manche Podcasts machen ja daraus sogar Programm, wenn ich an die Glaubenssache denke, wo sich der Alexander Waschkau, also A.K. Hawksmaster mit dem Vatikanmenschen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, unterhält. Also der Atheist mit dem Botschafter vom Heiligen Stuhl in Rom, in Bonn hätte ich bald gehört. Entschuldigung. Ja, das heißt wirklich so. Ja, ich weiß, dass es so heißt, aber trotzdem, es ist halt immer wieder ein humorvoller Begriff, wenn es heißt, ich bin gerade von meinem Heiligen Stuhl gekommen. Ja, also die beiden machen daraus dann tatsächlich ein Programm und das ist ja auch von gegenseitigem Respekt getragen. Deswegen, Malis, bitte, was ich alles gesagt habe, mit dem tiefsten Respekt und dem tiefsten Dank dafür, dass du dich gemeldet hast, aber ich bin leider hilflos. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Sieh es mir bitte nach. Wir haben noch eine Zuschrift bekommen, ja, neben denen, die das Ganze jetzt hoch, was ja nicht hochjubeln, aber die gesagt haben, eine schöne Folge, nehme ich ja auch gerne mit und sage, ja gut, ändert deswegen auch nichts. Also es sind auch Meinungsäußerungen, aber bei den Negativen, das zwickt irgendwie schon mehr. Da hat uns der Arnim noch mitgeteilt auf die Empfehlung von Mirko, den Stephen Fry Podcast zu hören. Er hatte den als Setzling oder Blütenschatz mitgebracht, wo Stephen Fry über Dinge aus der Vergangenheit erzählt. Da gibt es jetzt auch die zweite Episode, da ging es um Herrn Gensfleisch, der dann später Gutenberg hieß und der den Buchdruck erfunden hat, nicht zu verwechseln mit dem anderen, mit unserem ehemaligen Minister, der hat den Nachdruck erfunden. Der richtige Gutenberg hat den Buchdruck erfunden und in der Folge, die ich mir angehört habe, da wurde auch ein deutsches Bier erwähnt, den Namen lassen wir jetzt mal weg und er hat dann auch noch so eine Textzeile dazu gesprochen und zwar in glasklarem Deutsch. Und da war ich schon sehr verwundert oder was? Ist doch ein englischer Podcast, wieso tauchen da jetzt plötzlich deutsche Worte und auch noch so klar gesprochen auf? Und da hat der Armin geschrieben, Stephen Fry spricht ja auch fließend Deutsch, deshalb ist er in jedem Fall eine Bereicherung auch der deutschen Podcast-Landschaft. Also Stephen Fry spricht fließend Deutsch, das ist kein Zufall gewesen oder irgendwie auswendig gelernte Schallhülsen sozusagen, sondern er wusste auch, was er da sagt. Dankeschön für die Rückmeldung und auch vielen Dank an den Frank, den Melonator, der nachdem er aus seinem Urlaub zurückgekommen ist, offenbar die Folge gehört hat. Und nachdem Mirko ja bei Ihnen im Hör-doch-mal-zu-Podcast vor vier Wochen, glaube ich, zu Gast gewesen ist, hat er dann auch bei uns hier reingehört und ihm hat diese Folge wohl auch ganz gut gefallen. Gut, damit soll es das dann auch gewesen sein mit dem Feedback, dann kommen wir mal auf die Gartenbank und gucken mal genau hin, wer da eigentlich sitzt. Da hat Platz genommen Johannes Wolf, der sich ohne Kuh nennt. Wollen wir das nochmal aufklären, warum man sich ohne Kuh nennt? Das letzte Folge vom Sendegarten, in der ich zu Gast war. Es hat kein... Okay, dann machen wir das so, gar kein Problem. Es hat keine tiefere Bräufe eigentlich. Gar kein Problem. Plus man schreibt halt meinen Vornamen ohne Kuh, das ist halt einfach so. Ja, meinen schreibt man auch ohne Kuh, dann könnte ich mich auch ohne Kuh nennen. Ach, verdammt. The real ohne Kuh. Okay, für alle die, die jetzt keine Lust haben, die alte Sendegarten-Folge oder in alten und sonstigen Archiven zu wühlen, kannst du dich in zwei Minuten kurz selbst beschreiben, wer bist du, was machst du so beruflich, womit treibst du dich normalerweise so rum, inhaltlich? Die Teil mal läuft. Oh Gott. Genau, warte mal, ich mach hier, hab ich nicht irgendeinen, ach den, dann hab ich im Büro so einen richtigen Eierwecker, so einen tik 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 tik. Ja, kann man nix machen. Schade. Na, gut. Ich hab ne Sanduhr. Ne, hab ich auch nicht. Wo ist die denn eigentlich? Jetzt hast du nur noch eine Minute. Im Grunde genommen mit Podcasting gestartet 2013, glaube ich, mit Der will doch nur spielen. Dann Puerto, also ein Podcast, bei dem Audio-Parodien stattfinden, um mich eben anzunähern an das Format Podcasting. Dann Puerto Partida mit Grimme Online Award Nominierung, ein Rollenspiel-Hörspiel-Podcast, so ein bisschen Point-and-Click-Adventure in Form eines Podcasts. Und jetzt kommt eben ein neues Projekt und dann bin ich noch, so wenig Zeit, dann bin ich noch Vorstand vom Podcast-Verein. Ding, das war's. Und wir müssen zweimal 2013 abziehen. Genau, also ein Magen-Magazin kann ich noch von David NS empfehlen. Schreibt mir Erik auch gerade, das war eine tolle Folge. Und ich würde, glaube ich, noch erwähnen, dass ich beim Abfalleimer als Dauergast quasi mit dabei bin. Der Abfalleimer ist ein satirisches Diskussionsformat aus der Schweiz, bei dem das Institut für Abfallzertifizierung versucht, bestimmte Themen von verschiedenen Gesichtspunkten zu diskutieren und dann eben als Abfallzertifizieren. Und es entstehen sehr kuriose und sehr heitere Diskussionen, bei denen wir uns auch ein bisschen angreifen. Ja. Okay, jetzt klingelt es ganz, ganz leicht. Flugmodus einstellen. Wir haben ja beim letzten Mal, wir haben ja im letzten Besuch auch schon darüber gesprochen. Genau, es knackert, knackert. Das ist wie. Okay, was ich aber, was ich eigentlich ja meinte mit der Frage, wer bist du, was machst du, war bezogen auf nicht Podcast-Tätigkeiten, denn auf die Podcast-Tätigkeiten, da wollen wir uns ja gleich nochmal richtig schön kaprizieren. Mehr so, wo wohnst du, was arbeitest du, wie ist das so mit deinem, wie heißt das bei Facebook? Wie ist mein Status, das möchtest du wissen, du bist auf Heiratet, oder? Als du darüber reden möchtest, so ein bisschen. Ja, eben. Ob ich fahre, ja. Ja, ich bin 35 Jahre alt. Ich will dir keinen, äh, okay, wir verstehen uns noch. Ich bin 35 Jahre alt, hab studiert, hab diverse Filmproduktionen früher gemacht, die es auch teilweise auf YouTube gibt und dann Podcasting, dazwischen hab ich ein Magazin mal rausgebracht, das es heute noch gibt in Würzburg. Dann, ähm, liebe ich, äh, es Brettspielabende zu organisieren und zu machen und, äh, mach eben auch eine Podcast-Veranstaltung auf der Spiel in Essen, auf dieser großen, äh, Brettspielmesse. Ähm, ähm, und bin angekommen aktuell bei der Produktionsfirma What's Next, äh, die eben unter anderem viel fürs, äh, Schweizer Fernsehen produziert oder auch für die Bundeszentrale für politische Bildung. Und, äh, wir machen halt da mit unter anderem auch, auch YouTubern oder so verschiedene Projekte, ähm, zum Beispiel, äh, war Fake-Filter eines, da ging es darum, wie man Fake-News aufdecken kann. Und, ähm, ähm, jetzt gerade aktuell hab ich für das Schweizer Fernsehen, für eine Late-Night-Show haben wir quasi, ähm, stehen wir da konzeptionell so ein bisschen zur Seite und so. Ja, das sind so ganz grob die Sachen, die ich so mach. Äh, und mein Beziehungsstatus ist vergeben. Ja. Oh. Ja. Und zwar, ja, ja, doch, ähm, das, ähm, das, ähm, das ist total niedlich. Ähm, wie viele Hörer habt ihr, kann ich das, äh, naja, egal. Ähm, die, äh, die SMS, ob wir zusammen sein wollten, kam aus, am, am Podstock letzten Jahres. Ähm, ich dachte ja eh schon, dass wir zusammen sein wollten. Zusammen sind, aber, äh, er hat mich dann quasi am Podstock per SMS gefragt, weil, ähm, ähm, weil er wusste, dass Daniel, also das ist meine Vermutung, weil er wusste, dass Daniel, äh, auch da ist und, äh, dann leicht eifersüchtig wurde, glaube ich. Äh, äh, Entschuldigung, ja. Äh, äh, ob das, ist das nicht das richtige Motiv? Nein, wir sind eigentlich schon, schon, wie gesagt, wir waren eigentlich schon seit, seit grob Mai, äh, zusammen, aber es wurde halt nie ausgesprochen bis zu dem Zeitpunkt. Und der arme Daniel, der musste dann drunter leiden. Das ist nicht in Ordnung. Den haben wir eine Woche zuvor irgendwie bei Jan Gießmann auf dem Geburtstag getroffen und da entstehen ja dann immer so ein bisschen Neckereien, sage ich mal. Okay, okay. Auf dem Potsdok. Wie schön, wie sich dann plötzlich alles wieder zusammenfindet. Von daher muss ich dem Daniel fast dankbar sein dafür. Naja, egal. Ja, herzlichen Dank an Daniel an der Stelle. Und auch an dich, dass du das jetzt hier so freimütig erzählst. Das ist echt schön. Also da freue ich mich gerade sehr, das zu hören. Das ist einfach schön. Gut. Ich wollte noch fragen, du wohnst jetzt in Köln in der großen Medienhauptstadt. Aber irgendwie hast du, bist du der, du wolltest doch irgendwie weg da oder? Nee, tatsächlich. Ich bleibe in Köln. Ich, es kann sein, dass ich beruflich häufiger in Frankfurt sein werde, aber das ist im Moment nicht spruchreif oder ich weiß auch nicht, ob es kommt. Genau. Die Kölner, die haben ja so ein bisschen so einen besonderen Lebenssinn. Also dieses Kölsche, da gibt es doch dieses schöne Grundgesetz, es küt wird küt, es ist wie es ist und es ist doch immer jord ihr jange. Du, alles gut. Vergib mir, dass ich das nicht aussprechen kann. Aber so diese, diese, diese rheinische Gelassenheit, die manchmal ja auch in Ausgelassenheit überschlägt. Es gibt ja so ein paar Tage im Jahr, wo man wahrscheinlich in Köln als Westfale gar nicht zurechtkommen würde. Aber so großartig, also grundsätzlich habe ich das Gefühl oder ist das Klischee jedenfalls, dass die Kölner es mit dem Leben recht leicht nehmen. Erlebst du das auch so? Tut das gut oder ist das gar nicht mit? Also ich kann mich erinnern, als ich nach Köln gezogen bin, was ja jetzt auch schon, also NRW ist nächstes Jahr dann zehn Jahre her und Köln müssten so sieben Jahre sein oder so. Am Anfang war es ein bisschen schwieriger, weil wir als Unterfranken so ein bisschen verbindlicher sind in den Aussagen. Vielleicht liegt es auch am ländlichen oder so. Also das heißt, wenn, wenn man eben sagt, wir, ich, kannst du mir morgen früh um sechs Uhr beim Umzug helfen, dann sagt sowohl der Unterfranker als auch der Kölner oder die Kölnerin ja. Aber der Unterfranker steht halt auch wirklich da. Ja, das mittlerweile hat sich, das habe ich mich aber daran gewöhnt oder gewohnt, dass man da einfach dann nochmal nachfragen muss oder so. Also wenn man, wenn man dann enge Freunde hat, dann, dann klappt das auch. Aber es ist halt, es gibt so eine, so eine amerikanische Leichtfertigkeit am Anfang. Und wenn man die aber durchbrochen hat, dann ist alles gut. Prima. Und eine große Schnute doch auch. Also ich habe das mal erlebt hier, bin so ein Kind des Ruhrgebiets und ich weiß, dass hier eine relativ flotte Zunge gesprochen wird. Dann heißt es schon mal, komm mal her, du Dreckschüppengesicht. Und das ist freundlich gemeint. Aber es gibt Menschen, die nicht hier so sozialisiert sind, für die ist das wirklich ein Angriff. Das ist eine Beleidigung. Und die wissen damit gar nicht umzugehen. Und das kann so zu Kollisionen führen, wo dann plötzlich Streit im Raum ist und keiner weiß genau, warum eigentlich. Weil jeder meint es ja nur gut. Gibt es das in Köln auch? Hast du sowas erlebt? Also im Pott, sage ich mal, hast du ja tatsächlich einen sehr rauen Umgangston. Und mein Freund kommt eben auch aus Köln. Der meinte zu meinem Humor, dass er sehr morbide sei. Und eben auch meine Eltern und ich, wir haben wohl alle so einen morbiden Humor. Und so hat halt jede Region so seine Eigenheiten. Und manche vertragen sich halt besser und manche, da muss man halt erst mit reinwachsen. Auf alle Fälle würde ich sagen, dass ich hier ganz gut angekommen bin und da auch gut, also eher halte ich es für eine Horizonterweiterung auch wieder. Okay, ja. Okay, aber wenn das alles funktioniert, dann ist das ja nur gut. Jetzt möchte ich mal eben gucken. Ich habe, ja, versuchte eine Überleitung. Die ist natürlich nicht gelungen, wie du gemerkt hast. Sorry. Alter Profi. Also klar, mir kann man nichts vormachen. Ich versuche hier mal was aufzurufen, ohne in die Werbung zu geraten. Mal sehen. Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer. Mit viel Tunnels und Geleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lüge. Ja, wohin sollten wir reisen? Auf welche Insel? Ja, 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 die Antwort ist richtig. Der Kandidat hat den Cyanfarbenen und was weiß ich, was für einen Knopf gewonnen. Puerto Partida, lass uns ganz kurz über, oder länglich über Puerto Partida sprechen. Das große Rätselrollenspiel, was du über vier Jahre lang betreut hast, was leider jetzt zu Ende gegangen ist, wo viele Leute weinen. Wie hat das eigentlich seinen Anfang genommen? Wo kam denn überhaupt die Idee dazu her? Uff, wo die Idee herkam, ist es über vier Jahre her. Also ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, dass Stefan Brocksch aus der Isl und Teddy Show damals noch, heute ja nur noch Isl und Teddy. Für die hatte ich mal einen Point-and-Click-Adventure-Podcast namens Sachsen-Otto in ihrem, also zwei Folgen Sachsen-Otto haben wir in deren Podcast gemacht. Und Stefan meinte dann, ach sowas könntest du ja auch als Podcast machen. Und dann ging so die Vorbereitungszeit los und es war halt dann auch in verschiedene Richtungen gedacht. Also wir hatten damals unter anderem die Überlegung, dass man Agent sein wird und verschiedene Settings besucht und sowas und da eben eine Art Rollenspiel durchlebt und verschiedene Aufgaben lösen muss. Und dann ist pragmatisch eben, also man braucht halt einen abgeschlossenen Raum, das bietet sich halt an bei einer Insel und dann hat sich das Konzept so entwickelt. Also wir haben ja dann quasi verschiedene Rätselaufgaben und Rätsel dann gefunden oder zusammengetragen und dann umgeschrieben eben, dass man auch so ein bisschen eine Aufgabe hat auf dieser Insel, in diesem Rollenspiel. Genau. Und so ist das dann so nach und nach entstanden. Hättest du dir vorstellen können, dass das so einschlägt, dass das so viele Leute mit in den Bann zieht, den du da ausgelöst hast? Also einen entscheidenden Anteil daran haben ja auch die beiden ersten Autoren, die da noch dazu kamen, Kai und Lars, weil die ja dem Ganzen noch viel mehr Leben eingehaucht haben als zu Beginn. Also am Anfang hatten wir zwar auch diese Insel und die verschiedenen Charakteren und so, aber die wirkliche Entstehung der Geschichte oder die Erlebnisse, die wir so miterzählt haben, sind ja eben erst dann entstanden, als wir eben Autoren hatten und später auch Autorinnen, die dann eben da verschiedene Geschichten drumherum gebastelt haben. Dass es so einschlägt, nee, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wird ein nettes Projekt, wo wir Freude haben, wo wir Spaß dran haben. Wir hatten oder ich hatte natürlich schon so ein paar Mechanismen drin, die ein Wachstum der Hörerschaft prophezeiten. Also was ich damit meine ist, jeder, der ja Kandidat war oder Kandidatin, konnte ja danach als Bürger quasi Teil dieser Insel werden und dadurch potenziert sich ja quasi so die Leute, die von dem Projekt mal gehört haben. Das war so die Idee, dass man eben darüber immer mehr Leute erreicht. Das hat mehr oder weniger gut geklappt. Ja, aber immerhin. Ich muss sagen, ich nehme das Puerto Partida-Projekt als eines der am stärksten Wirkung entfaltenden Projekte, zumindest auf der Produktionsebene war. Also hier Studio Link oder Ultraschall, das sind Projekte, die uns eine technische Basis liefern, aber das ist so ein Community-Projekt, wo viele auch mitmachen können und mitgestalten können, was dann auch wirklich so ein Magneteffekt hat. Also wenn man gesagt hat, da ist eine Live-Show oder so von Puerto Partida, dann haben die Leute dorthin gefiebert. Es wurde tagelang davon gesprochen. Es gibt einen eigenen Fan-Podcast zu diesem Angebot, die Becky und die, ja, haben sich zusammengetan. Kathi, jawohl, mein Gott, nicht, haben sich zusammengetan, um dort über Puerto Partida und die Erlebnisse, die da auf der Insel passiert sind oder in dem weiteren Umfeld, nochmal zu sprechen und das Revue passieren zu lassen und sich gegenseitig nochmal zu erzählen, wie schön das alles gewesen ist. Das ist ja schon etwas Besonderes. Oder empfindest du das irgendwie als normal? Also es wäre jetzt falsch zu sagen, ja, das finde ich alles normal. Nee, es ist auch nicht normal. Das ist eine ganz besondere Ehre, weil, also es ist ja nicht nur die beiden, die ja diesen Fan-Podcast gemacht haben, es sind ja auch die Hörerinnen und Hörer, die das Wiki aufgebaut haben zu den einzelnen Geschichten, bis hin eben zu Leuten, die das auf Twitter, Facebook geteilt haben und natürlich auch zum Beispiel Mboblo, der Crossover-Podcast über die Kneipe, ja, von Stefan Kolportis in seiner Rolle, wo jetzt so ein bisschen Digi-artig im Grunde genommen so ein kleiner Podcast entstanden ist, der jetzt auch, ich meine demnächst, die fünfte Staffel rausbringt. Das ist schon unfassbar toll gewesen, diese Reichweite und dieses Feedback zu bekommen. Und eben auch, ich kann mich erinnern, dass wir von einem Kind bis Jugendlichen eben auch selbst gemalte Bilder und Geschichten zugeschickt bekommen haben und so. Also das ist schon, das macht einen schon weich oder halt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das zeigt eine Dynamik oder eine Zugehörigkeit, die einen schon sehr glücklich macht und halt auch zeigt, dass das, was man macht, vielen Freude bereitet. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich erreichen wollten, dass wir Leute ein bisschen aus dem Alltag rausholen können und eben auch ihnen eine gute Zeit beschaffen. Wie schwer ist es denn dann so, ein Projekt zu beenden? Das ist eine Typfrage, sage ich mal. Für mich ist es gar nicht so schwer gewesen. Also, naja, es stimmt auch nicht ganz. Es ist, die Entscheidung zu fällen, fand ich jetzt nicht so schwer. Zu sagen, okay, wir machen jetzt noch die Staffel fertig, das war die vierte und dann hören wir auf. Das war nicht die Schwierigkeit, sondern die Schwierigkeit kommt dann, wenn man so der letzten Folge entgegenfiebert und merkt, okay, jetzt ist es wirklich bald vorbei. Und du hast plötzlich die Situation, dass du merkst, ja, im Moment habe ich eigentlich keinen Podcast, was total irritierend war nach so langer Zeit, eben vorübergehend quasi nur so einen kleinen internen Podcast zu haben für die Hörerinnen und Hörer, die uns eben unterstützen, finanziell und eben auch die Bürger. Also, das wird dann schon, ja, also ist halt dann schon auch ein bisschen schwierig gewesen. Allerdings haben wir dann auch so ein bisschen mehr Freiheiten haben können in der vierten Staffel. Wir haben halt in der vierten Staffel verschiedene Sachen auch ausprobiert, die wir dann eben jetzt in das neue Format übernehmen konnten. Also zum Beispiel, wie ist es, wenn wir zwei Kandidatinnen haben? Wie ist es, wenn wir jemanden weiteren live dabei haben? Nicht nur den Spielleiter und den Kandidaten oder die Kandidatin, sondern eben weitere Personen. Wie funktioniert das technisch und so? Also da, dann hatten wir, wie funktioniert das Ganze, wenn der Spielleiter nicht mehr da ist? Wir hatten ja eine Folge, genau, die ganz ohne mich dann quasi auskam, weil ich gekipnappt wurde und so. Bis hin eben zu Story-technisch einer der größten Fallhöhen, die wir je hätten machen können, die ich nicht spoilern möchte, aber ja, wo wir dann plötzlich den Spannungsbogen ganz nach oben spannen konnten und eben, wir haben uns eben dann auch wirklich Zeit genommen, es gibt quasi das Finale, es gibt dann nochmal eine Epilog-Folge, wo wir dann quasi nochmal sagen, allen geht's gut und dann am 24. Dezember haben wir dann noch eine Folge rausgehauen, bei der ich Kandidat war. Das war quasi eine Folge, die wir zurückgehalten haben, falls aus irgendwelchen Gründen eben mal eine Folge ausfallen muss. Die hat da so einen komischen Namen, ne? Wie hattet ihr den auch genannt? Die Limbus-Folge. Limbus, warum habt ihr die so genannt? Was bedeutet das? Limbus ist so die Zwischenwelt, sagt man, also zwischen Himmel und Hölle könnte man als Limbus bezeichnen. Es gibt auch Computerspiele, die Limbus heißen und so. Das ist quasi wie so eine Art Zwischendimension, Zwischenwelt. Dann passt das. Okay. Ich hab mich aus dem Redefluss gerissen, sorry, durch die Zwischenfrage. Naja, alles gut, alles gut. Alles gut. Jetzt hast du gerade, also meine, ich hätte so ein bisschen gedacht, du sagst, ah, ich hatte eine Träne im Knopfloch, als sie das aufgehört haben, aber du hast das relativ nüchtern beantwortet und gesagt, ja, ich bin ja nicht der Typ dazu. Du wolltest mich jetzt so Emotionen treiben. Nö, nö, gar nicht treiben, so abfragen. Das empfindet ja jeder Mensch durchaus anders. Und eine andere Emotion, die mir durchaus in der Situation denkbar wäre, wäre eine Form von Erleichterung. Sodass man dieses Ding, was man jetzt für vier Jahre am Leben gehalten hat, dann irgendwann auch mal abgeben kann. Sondern so, boah, jetzt kann ich mich am Wochenende auch mal wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Muss ich jetzt nicht jedes Mal über den Fortgang einer Geschichte nachdenken oder so. Hast du sowas gespürt? Nee, also mir war eigentlich klar aus meiner Erfahrung von vorherigen Projekten, dass wir was Neues machen werden. Und mir macht es halt auch Spaß, neue Konzepte und Projekte eben an den Start zu bringen. Das heißt eben, du hast bei einem Kurzfilmprojekt eben auch so die verschiedenen Phasen, die man durchläuft. Erst die Vorbereitung mit Drehbuchschreiben und so weiter. Dann eben die eigentliche Filmphase, wo du plötzlich 40, 50 Leute um dich rumwuseln hast und du das ganze Projekt produzierst. Und klar, man fällt dann erstmal in so eine Art Loch, weil man danach beim Filmprojekt muss man dann noch schneiden. Und es ist kein Mensch mehr um einen rum, außer halt vielleicht der Cutter, die Cutterin und ich. Und dann kommt es eben zu der Veröffentlichung. Das ist jetzt bei dem Podcast-Projekt, das ja seriell quasi oder über viele Folgen geht, natürlich ein bisschen anders. Aber so dieser große Bogen ist ziemlich ähnlich. Also und wenn das eine Projekt vorbei ist, dann wird man ein Neues machen und hoffen, damit eben auch viele Leute glücklich zu machen. Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Okay, nehmen wir das so hin. Also ich hatte nie die Sorge, dass mir die Kreativität ausgeht. Sagen wir es mal so. Also der will doch nur spielen, ist ja im Grunde genommen dann auch mit der Zeit eigentlich jetzt ausgelaufen. Und vielleicht machen wir mal einmal im Jahr noch eine Folge oder so und wissen nicht, wohin damit da und wie das in den Feed sind. Aber das war ja auch schon eine sehr aufwendige Produktion für den Start, sage ich mal. Und dass wir neben PP nicht noch so ein Mammut-Projekt machen können, ist klar. Und ich glaube, dass man mit dem neuen Format auch einige Leute erreichen kann. Also dass dir die Fantasie ausgeht, die Ideen ausgehen, das glaube ich überhaupt gar nicht. Sag ich mal. Du bist jetzt vom Typ her, bist du jetzt nicht derjenige, der laut und lärmend durch die Gegend läuft und uns irgendwie was Neues und die neuesten Ideen sozusagen so überstülpt. Du bist eher ein bisschen zurückhaltend im Umgang, ist wohl mein Eindruck. Aber du hast immer wieder ganz unterschiedliche und neue Ideen und Facetten. Also nur als Rückmeldung. Ich kenne mich nicht auf die Idee zu sagen, dem Johannes fällt auch nichts mehr ein. Nee, das wäre das Letzte, was ich denken würde. Ja, danke. Also das ist halt eben auch, ich hatte jetzt eben auch nicht das Problem, dass wir da jetzt, dass uns nicht wieder was Tolles einfällt. Weil, ich sag mal so, wir haben Know-how aus Puerto Partida, wir haben kreative Leute am Start, ein tolles Team. Wir sind, ich habe vor kurzem für die Nullnummer, die ich schon aufgenommen habe, wir sind glaube ich gerade 17, 18 Personen im Team, was ja auch schon eine beachtliche Nummer eigentlich ist, die zu koordinieren und sowas. Und dass das, diese Mischung aus verschiedenen Leuten ist quasi was, was es eben auch so spannend macht, weil halt eben, ich sag mal, der Grafiker ganz neue Ideen reinbringt, die die verschiedenen Autoren vielleicht andere Ansichten haben als ich. Becci ist im Moment ja auch mit im Team als Öffentlichkeitsarbeiterin quasi, die dann eben so diese Gender-Diskussion mit reinbringt, was super ist. Weil wir wollen da drauf ja auch zum Beispiel auch achten, aber es passiert halt einem immer wieder, dass man das übersieht, weil man halt einfach so programmiert ist. Und diese Vielfalt mit verschiedenen Personen zu arbeiten an solchen Projekten macht halt unglaublich Spaß und das darf sich halt auch verändern. Und es wäre schlimmer, wenn man eben dann irgendwie zu lange an einem Projekt hängt und eben dann keinen mehr erreicht. Und ich sag mal, gegenüber Talk-Formaten, die eben auch immer noch spannend sein können, weil sich ja der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin dabei ändert, ist es halt bei solchen Story-lastigen Formaten, ist halt einfach so ein Produktlebenszyklus, wie es so schön heißt, wie ich als BWLer sagen darf, muss, keine Ahnung. Und erhält halt nur, ich sag mal, im TV 16 Staffeln oder so. Ja, dass das irgendwann, wenn man auch selber, also selbst so Erfolgsformate wie Stromberg oder so sind halt irgendwann mal auserzählt. Ja. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass du das mit dieser ökonomischen Brille betrachtest. Ich hab gedacht, so mehr Herzblut dahinter. Ja, es steckt ja auch Herzblut dahinter. Aber wie gesagt, ich denke einfach, dass man, das ist halt so das Problem. Ich hab halt BWL studiert und manchmal, wenn mir was auch zu nahe gehen könnte, dann schaltet sich der pragmatische BWLer ein. Und ich sag mal, natürlich ist diese ökonomische Betrachtung, ist halt auch in mir, das lässt sich leider nicht ausschalten. Und ich sag mal, wenn wir jetzt bei dem nächsten Projekt eben auch viele Leute erreichen und viele daran eine Freude haben, dann sind wir genauso glücklich. Und ich glaube, es wird auch eine der wahrscheinlich sogar die aufwendigste Podcastproduktionen im deutschsprachigen Raum, die eben von Privatpersonen finanziert wird. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Also wir nehmen ja heute am 26. auf, am 30. kommt quasi die Nullnummer und jeden 1. und 3. Montag kommt dann eben eine neue Folge. Und im Gegensatz zu PP sind wir jetzt halt gerade alle völlig auf dieses neue Projekt fokussiert, was natürlich bedeutet, dass diese Zeit zum Zurückschauen gar nicht mehr so präsent ist einfach. Weil wir gerade mit beiden Ohren, also bei 18 Leuten wären das ja dann 30, 36 Ohren, wir mit 36 Ohren quasi jetzt in diesem neuen Projekt stecken. Okay. Gehst du mit einer komplett anderen Rolle für dich dieses neue Projekt an? Also ich frage deshalb, weil ich mir vorstelle, als du angefangen hast, 2013 mit dem Rätsel-Rollenspiel, da warst du im Prinzip Autor, Durchführender, Marketing-Mensch, also alles in einer Person. Und jetzt hat sich doch eigentlich dein Rollenbild, die Rolle, die du dort ausführst, ein bisschen ändern müssen. Bist du ja mehr so der Koordinator, wenn man so will. Oder ist das eine falsche Zuschreibung? Nee, das trifft es schon auch. Also es macht es viel einfacher, wenn man alleine anfängt, weil man natürlich eine Linie vorgibt und eben nicht diskutieren muss über alles und dann quasi von vornherein im Grunde genommen einfach die Linie vorgibt. Und wenn es scheitert, dann scheitert es und dann ist das so. Also es ist halt viel mehr Koordinationsaufwand zu machen. Was bedeutet, wir haben ja, also ich habe Kati macht, bei unserer Organisation zum Beispiel, wo ich unglaublich dankbar für bin, dass mir da jemand eben zur Seite steht. Weil jetzt das Ganze zu koordinieren ist tatsächlich aufwendig geworden. Und zu zweit ist das aber super, super realisierbar. Wir haben sogar einen internen Podcast-Feed im Moment, wo wir dann quasi alle auf einmal auf den aktuellen Stand bringen können. Das heißt, wir haben seit zwei, drei Monaten ist mir dann eben aufgefallen, dass ich mit den Autoren einen Teil schon besprochen habe und einen Teil mit dem Grafiker und einen Teil bei verschiedenen Positionen. Und durch diesen internen Feed können wir eben alle auf denselben Stand bringen. Und bei PP war es halt so, ich habe halt sehr viel am Anfang alleine gemacht, aber es war ja auch, der Stefan Baumann war ja von Anfang an dabei. Und unterm Strich habe ich mit sehr vielen Leuten auch da im Vorfeld drüber gesprochen, wie so ein Projekt funktionieren kann. Also eben mit Stefan Brocksch, mit Kai Du habe ich diskutiert damals sogar und mit Tee und Ben Benke, die Älteren kennen den vielleicht noch unter euch. Also diesen Austausch mit verschiedenen Leuten ist für mich eigentlich immer schon wichtig gewesen. Aber natürlich habe ich bei PP im Grunde genommen dann entscheiden können und machen können, jetzt ist es halt ein Geben und Nehmen. Also man muss halt auch mal Sachen annehmen von Meinungen, die man im ersten Moment vielleicht noch nicht erkennt als, das ist die Hammer-Idee. Aber genau. Da kann ja jeder gucken, warum so nicht? Also ja, aber diese Mischung, dieses Kollektiv im Grunde genommen macht es halt so spannend. Also zum Beispiel Jan Geßmann macht auch Einspieler für uns, die auch so ein bisschen diesen Charme wieder mit reinbringen, den wir eben bei PP auch hatten. Wir haben zwei Marken, die wir aktuell etablieren müssen und so weiter. Wenn du gerade gesagt hast, du hast einen hausinternen Podcast, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, du hast einen hausinternen Podcast. Ist das nicht Gras? Ja, ja. Entschuldigung. Aber wie heißt denn das Haus eigentlich, wenn die zwei Produkte, Poetopatida und das neue, was wir gleich noch nennen, heißen? Wie heißt denn der Haus-Podcast? Heißt der jetzt ohne Kuh-Productions oder wie heißt denn dein Label? Also in dem Sinne würde ich es jetzt nicht als Label bezeichnen, so groß sind wir dann jetzt auch nicht. Wie dieser eigene interne Podcast-Feed heißt, kann ich nicht sagen. Also er ist auch protected. Man kann ihn eh nicht hören, wenn man nicht im Team ist. Aber ich weiß jetzt gar nicht so richtig. Also wir haben jetzt kein Label gegründet. Wir heißen jetzt nicht 3.800 Hertz oder so. Okay, dann nicht. Nee, das ist also klar. Auf der Webseite ohneq.de mache ich quasi schon so eine Art Zusammenführung von allen Projekten. Aber ich würde das jetzt nicht als Label bezeichnen. Das ist im Grunde genommen mein eigenes. Und dann machen wir quasi noch für unsere Hörerinnen und Hörer, die uns eben unterstützen und so machen wir dann eben noch ein Unterstützer-Feed oder eine Unterstützerinnen-Feed. Und diese zwei Podcasts gibt es quasi aktuell und es gibt dann quasi noch, wenn das Projekt startet, gibt es dann eben den richtigen Podcast dazu. Wow. Wow, wow, wow. Ich habe gerade den Ausschnitt aus der Augsburger Puppenkiste eingespielt. Augsburger Puppenkiste, vor der ich mich verneige und wahrscheinlich viele andere, die das kennengelernt haben, natürlich auch, denke ich. Was einfach ein ganz großes, großartige Spielkiste ist. Hat das in irgendeiner Weise die Idee einer Insel, einer Geschichte auf einer Insel inspiriert? Der Gedanke liegt so nah, aber vielleicht ist er auch ganz falsch. Gab es da so eine Inspiration von der Insel mit zwei Bergen? Nee. Gar nicht? Also, nee, tatsächlich nicht. Wie gesagt, wir haben halt ein abgeschlossenes Setting gebraucht und das macht halt sowas möglich, wenn man eine abgeschlossene Insel hat. Ja, es hilft, genau. Es hilft halt enorm und es gibt natürlich verschiedene Referenzen auf Inseln. Das gibt es immer wieder in Brettspielen. Ich habe jetzt zu meinem Geburtstag, der im April war, Halapagos gespielt. Ein ganz tolles Brettspiel, bei dem man im Grunde genommen die ganze Gruppe kann, also jeder in der Gruppe kann eine Aktion ausführen. Und weil jeder dran war, muss man die Gruppe ernähren können. Und wenn man das nicht kann, muss man entscheiden, wer stirbt. Also, es ist ein total böses Spiel und wenn man dann aber noch eine Waffe irgendwie hat oder so, dann kann man jemanden anders sterben lassen als einen selber. Also, es klingt schlimmer als es ist, aber es kann auch ganz schönes böses Blut in der Gruppe erzeugen. Aber solche Spielereien oder eben auch Spieltheorie mag ich halt privat sehr gerne, mich damit zu beschäftigen. Und das nimmt halt eben auch Einfluss auf das Ganze, ja. Das schadet ja auf jeden Fall nicht, wenn man ein Rätselrollenspiel konzipiert, dass man selber auch Spaß am Spielen hat. Ja, absolut. Jetzt habe ich mich mit dem neuen Titel, da steckt ja das Wort Aurora drin, mal ganz kurz im Internet herumgetrieben, weil ich mich auch an etwas erinnert habe aus meiner Kindheit. Und weil du ja in Köln sitzt, da habe ich gesagt, Aurora, Aurora Köln, gibt es da nicht irgendwas und da gibt es was und da hören wir eben rein. Regieband für Aurora Brei, Funk, 30 Sekunden. Kinderchor wird hier ersetzt durch den Chor, den wir auch für die Filmaufnahmen nehmen. Das würde also etwas so klingen. Aurora mit dem Sonnenstern mögen alle Kinder gern. Und jetzt du, Gabi. Apfel und Bananenbrei. Und Britta. Marzipanbrei, Früchtebrei. Fein, Claudia. Und der Milch- und Honigbrei. Einer hat einen Wunsch jetzt frei. Marzipanbrei. Marzipanbrei aus kernigem Weizen und würzigen Mandeln mit viel Eiweiß und Vitaminen. Das schmeckt. Aurora mit dem Sonnenstern. Boom. Klar? Nein, das ist oben hinten. Es ist bei mir immer hinten ein Boom. Aurora mit dem Sonnenstern. Ja, das meinte ich. Ich grüße das doch gern. Nee, ich kannte, also wenn ich meinen Spaziergang hier mache in Köln, laufe ich tatsächlich an diesem Mailwerk vorbei, wobei ich gar nicht weiß, ob das noch aktiv ist oder ein altes. Aber klar, wir bewegen uns so ein bisschen thematisch auch in die 70er tatsächlich, also so von der Musik und so vom Thematik. Aprilblumen, ja, sehr schön. Übrigens, um jetzt hier dem Sprecher zu Ehren zu kommen, das war Erwin Geldmacher und der hat im Jahre 1969 an dieser Aurora-Werbung gearbeitet. Die nennt sich Marzipanbrei. Das hat man zum Schluss wahrscheinlich nicht so genau verstanden. Es war Marzipanbrei. Sehr schön. Ja, also der Stefan Brocksch, also sprich aus der Isl- und Teddy-Show, hat mir auch zum Geburtstag drei Backmilchschuggen von Aurora geschenkt. Jetzt kann ich Brot backen, ja. Okay, eine Akte machst du da auf. Was haben denn da deine Gelernten, deine geübten Story-Schreiber sich ausgedacht? Oder hast du dir das ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Oder ist das Ergebnis einer solchen, ihr macht doch so Schulungen auch. Ihr seid doch zur Schulung gegangen, Autorenschulung oder so. Was habt ihr da genau gemacht? Also wenn wir versuchen einmal im Jahr uns zusammenzusetzen, uns zu treffen, vielleicht auch manchmal zweimal im Jahr, wo wir dann zu verschiedenen Themen selber Schulungen vorbereiten. Das heißt, wir haben ja als neuen Autor zum Beispiel den Steff Kessler dabei, der ja viele oder der jetzt gerade an seinem zweiten Krimi-Dinner auch schreibt. Also das sind solche Brettspieler, wo jeder quasi eine Rolle zugeordnet bekommen hat und dann eben einer der Täter ist und man die in der Gruppe quasi rausfinden möchte, während der Täter, die Täterin versucht das natürlich zu vermeiden. Und die Namensfindung war tatsächlich echt schwierig, weil wir wollten zum einen so ein bisschen leichtes Science-Fiction, so ein bisschen klassisch 70er, wir wollten Kriminalfall mit drin haben und Alliterationen würde sich halt anbieten allein von Puerto Partida her. Und ja, ich glaube es gab fünf Befragungsrunden, wo wir irgendwie das erste Wort, das zweite Wort, welche Kombination und welcher Claim darunter und das ging ziemlich lange hin und her im Team, das stimmt. Kannst du noch ein bisschen aus dieser Autorenschulung erzählen, was lernt man denn da eigentlich? Achso, ja wir haben, als wir Autorenschulung wirklich gemacht haben, haben wir TV-Autoren eingeladen, die fürs Fernsehen schreiben, mit denen ich eben auch beruflich teilweise zu tun habe, die uns dann zum Beispiel die Heldenreise mal erklärt haben. Also wie schreibe ich denn eine Geschichte, einen Roman? Dann Steff selber konnte uns, das hat leider beim letzten Mal zeitlich nicht mehr reingepasst, aber das werden wir noch tun, wie man so ein Krimi-Dinner aufbaut. Und eben zu solchen Themen oder eben auch selbstreferenziell, was lief gut, was lief schlecht in den einzelnen Folgen, wo müssen wir vielleicht ein bisschen mehr justieren, wie ist es verständlich, das wird halt dann quasi mit verschiedenen Personen auch diskutiert. Und ja, das klappt halt auch nur, weil dies, oder beziehungsweise das ist halt so der Mehrwert, den ich quasi auch meinen Autoren und Autorinnen, die das eben auch freiwillig und in ihrer Freizeit machen, mitgeben kann. Also wenn man eben bei so einem Projekt mitarbeitet, das ist halt auch nicht selbstverständlich. Und wenn das jemand eben als Hobby bei uns macht, dann soll er eben da auch was rausziehen können. Nicht nur Spaß, Spaß natürlich in erster Linie, aber natürlich auch vielleicht Erfahrung und eben durch solche Schulungen, sage ich mal, eben auch wie man sowas umsetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal Grafik mit reinnehmen oder so, dass das kommt immer darauf an, was man halt, also wie erstelle ich ein Cover oder so. Das sind quasi so, oder auch tolles Thema war Charakterentwicklung, also worauf muss ich achten, um eben einen Charakter zu entwickeln. Und da möchte ich natürlich meine verschiedenen Autoren eben was zurückgeben können oder eben auch selber viel lernen, weil ich weiß ja auch nicht. Ja, verstehe. Ich bin ja auch nicht verbracht. Kann man denn eigentlich so eine Geschichte in einer Gruppe entwerfen? Oder braucht es schon jemanden, der sozusagen den Stamm, wenn man sich das wie so ein Baum vorstellt, so einmal den Stamm bildet und dann können einzelne so ein paar Ästchen und Blätter dranhängen. Aber so die Grundlinie, das muss erstmal von einer Person gemacht werden. Oder kann man das auch in einer Gruppe entwerfen? Im Grunde genommen entsteht in so einer Gruppe, entsteht so der rote Faden. Nehmen wir die zweite Staffel von Puerto Partida. Da war klar, dass der Assistent des Wissenschaftlers, der verschollen galt, Jerome Charamont, eben sich so nach und nach zum Bösewicht ausgreift und eben dann am Ende, ich sage jetzt mal, stirbt. Bei der vierten Staffel hatten wir ein ähnliches Konzept im Grunde genommen mit einem neuen Präsidenten, der eben dann auch immer größenwahnsinniger wird. Es werden immer mehr Gesetze erlassen, die eigentlich gut klingen, aber unterm Strich nicht wirklich gut sind. Und sowas kann man in einer Gruppe diskutieren und eben so einen leichten roten Faden erstellen. Und die einzelnen Autoren kriegen dann quasi die Folgen zugeteilt, für die sie schreiben. Und dann schreibt man quasi zusammen oder halt eben in solchen Teilbereichen, wo beginnt die Geschichte, was soll da drin grob vorkommen. Also so eine Art Exposé, wobei das stichpunktartig reicht. Und macht halt eben so die, okay, das musst du wissen für deine Folge, weil das ändert sich bei mir. Und so entsteht dann quasi für eine Staffel der Rahmen. Und wie ist der rote Faden bei der Akte Aurora? Was erwartet uns da als Hörerinnen und Hörer? Also im Podcast Akte Aurora vereinen wir wieder, okay, jetzt klingt es wie abgelesen, aber es war auch kurz. Gar nicht, gar nicht. Also es wird wieder, wir werden einen größeren Hörspielteil auch haben. Wir werden auch wieder, wie bei Puerta Partida auch, Spielshow-Elemente drin haben. Wir gehen viel stärker auf Krimi. Und wir werden als neues Element eigentlich verstärkt eben auch Impro, Improvisation mit drin haben. Das heißt, wir haben hier eine spannendere Ebene eigentlich. Also für mich, weil es von der Organisation aufwendiger wird. Die Organisation Aurora hat eine Ausbildungseinheit gegründet, die eben diese Akten bearbeitet. Und die Ausbildungseinheit Aurora, bei der bewerben sich eben dann zwei Kandidaten, Kandidatinnen, um eben Agent zu werden oder Agentin. Und eine der beiden Personen wird das schaffen und die andere Person wird wieder auf der Straße landen. Also das heißt, wir haben pro Monat zwei Folgen. In der ersten Folge wird entschieden, wer von den beiden Personen mitspielenden in den Agentenstatus Feuerfliege aufgenommen wird. Also Feuerfliege ist einer der ersten Ränge. Und später wird die Person dann eben einen Kriminalfall lösen. und dort dann die Verdächtigen live befragen können. Also das heißt, wir haben drei Personen, die dann als Verdächtige zugeschaltet sind und dann zu dem Fall jeweils befragt werden. Okay, das heißt also, jede zweite Folge, also nein, die Folgen ähneln sich gar nicht. Denn jede zweite Folge ist wieder so dieses Kandidatensuche oder Bewerbung sozusagen, Bewerbungsverfahren. Und erst dann wird ein Rätsel, also ein Krimi, ein Rätselfall zu lösen sein. So kann man sagen. Wobei im Gegensatz zu PP wird niemand dann für immer rausfliegen. Also das heißt, sowohl wenn ich eben bei einem Mal verloren habe, das kann ja auch Zufall sein, kann ich wieder mitspielen. Und selbst wenn ich schon einen Agentenrang erreicht habe, kann ich auch nochmal mitspielen und dann im Rang wieder aufsteigen und eben einen neuen Rang erreichen. Also das heißt... Also man kann sich von 007 auf 008 hocharbeiten. So ungefähr. Also wir haben aus dem PP-Universum, der erste Rang ist Feuerfliege, dann kommt Zebrafink. Genau, im Detail weiß ich es jetzt nicht mehr, aber es gibt quasi viele Tiere. Zwischendrin kommt, glaube ich, der Seeschlangenadler. Yeah! Und der höchste Rang, den man jemals erreichen kann, ist der Goldene Papagei. Mit oder ohne Keks? Das kommt drauf an. Die Grafik ist noch nicht gezeichnet. Ich weiß es nicht. Die Rangabzeichen müssten die nächsten Tage fertig werden. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade so in der Endphase, wo noch wirklich viel zu tun ist. Ja. Von daher... Wo ist das Stich? Es entsteht quasi so eine Art Competition zwischen zwei Mitspielenden. Aber es ist nicht so schlimm, wenn man da eben rausfliegt. Das kann eben auch mal Pech sein. Also man wird in der ersten Folge auf alle Fälle schon die Tatorte untersuchen können und nach Indizien suchen und im zweiten Teil wird man dann eben die Verdächtigen befragen. Ja, das wäre jetzt so die Frage gewesen. Also was für Bewerbungsleistungen, wenn ich die erste Folge mir anschaue, muss ich denn da eigentlich erbringen? Muss ich da auch Zahlenrätsel, was weiß ich, Zelle von tausend immer sieben runter und irgendwas machen? Oder hat das schon irgendwie was mit Situationen tatsächlich zu tun, wenn du gerade sagst, das ist schon quasi Tatortuntersuchung? Kannst du ein Beispiel für so eine Aufgabe geben, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann? Im Grunde genommen, was wir zum Beispiel auch aus dem PP-Universum übernehmen, ist so diese Fragestellung. Der Begriff beginnt mit dem Anfangsbuchstaben O oder M, beginnt mit dem Anfangsbuchstaben M und dann bekommt man die Frage, wer ist der beste Sendegarten-Moderator? Und dann wäre die Antwort Martin. Also wir werden nicht mehr so viel so logiklastig werden, sondern eher ein bisschen wissenslastiger, aber auf eine sehr charmante Weise würde ich hoffen. Wenn du magst, kannst du zum Beispiel ja auch unsere Qualifikationsfrage mal einspielen. Okay, das ist das, was du einspielen. Wie du das möchtest. Das gestaltest jetzt du, wenn du möchtest, wie du möchtest. Dann hören wir uns erst mal jetzt den Trailer an. Erst den Trailer, okay. Der ist genau 1,30 Uhr lang, ist als solche unglaublichen Profis irre. Lano Inc. präsentiert Die Akte Aurora Die Ausbildungseinheit Aurora prüft angehende Agentinnen und Agenten auf ihre Tauglichkeit. Fuck, was mache ich jetzt? Du hast noch eine Minute Zeit, den Raum nach Indizien zu durchsuchen. Gut, ich durchwühle den Küchenschrank. Du findest ein Huhn. Ein Huhn? Ein Huhn. Ich stecke das Huhn ein. Abonnieren Sie jetzt den Podcast Akte Aurora und erleben Sie, wie angehende Agentinnen und Agenten durch Raum und Zeit reisen, Unverdächtige befragen, um spannende Kriminalfälle zu lösen und in der Rangliste nach oben zu steigen. Herr Merz, haben Sie eine Revolution angezettelt? Nein. Wo waren Sie zur Tatzeit? Ich habe eine Revolution angezettelt. Akte Aurora Auch Sie können sich als Agentin oder Agent bewerben und live mitspielen. Wie man mitspielen, abonnieren und zuhören kann, sowie weitere Informationen, finden Sie unter www.akteaurora.de. Ihre Zukunft beginnt jetzt. Statistisch gesehen werden 42% der Zuschauer durch dieses Video intelligenter. Gehören auch Sie dazu? Lehrvideos von Lano Inc. Damit auch Sie nicht dumm sterben müssen. Gar nicht nötig hier, dass die Kuh eins... Nein, nein, das ist unsere Trennhummel, wie der Stan gesagt hat. Das ist aber unsere Sendegarten-Kuh, die beendet eigentlich mal die Einspieler, damit man weiß, dass wir wieder da sind. Jetzt sag mir doch mal, warum der zum Schluss vom Video spricht. Das war doch jetzt ein Audio. Ja, wie du es so schön sagst, genau dasselbe wird am Montag als Video auch zu erhältlich sein. Und ich habe es heute schon sehen dürfen. Ich freue mich sehr drauf. Man wird alte Aufnahmen von mir in dem Video sehen von vor zwölf Jahren. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann sein wird, also wie das ankommt. Und die Dialoge, die dort geführt werden, dann sieht man die Sprechenden auch. Also Becky mit dem Huhn beispielsweise? Tja, da musst du dich jetzt wirklich überraschen lassen. Sehr schön, sehr schön. Also das Huhn, also da habe ich sofort an Potsdok denken müssen. Hat das in irgendeiner Weise da hineingespielt oder gab es das Huhn schon vorher? Ich habe einfach versucht, einen witzigen Dialog zu schreiben für diesen Trailer. Okay, da kam zufällig ein Huhn drin vor. Da du ja das Kuh im Namen hast und ich glaube bei James Bond gibt es doch diese Abteilung, wo dieser Chef Mr. Kuh immer wieder so Spezialgerätschaften entwickelt und erfindet. Der Kugelschreiber, mit dem man fliegen kann oder was auch immer. Gibt es bei euch auch so Spezialgerätschaften, mit denen man da als Agent unterwegs sein kann? Ah, jetzt steigen wir aber schon wirklich tief ein. Es gibt das Warp-Knäuel, in dem man, das auch von der Lano Inc. hergestellt wurde und mit dem man eben durch Raum und Zeit reisen kann und es sich aufrollt, wenn die Zeit ausläuft. Sehr schön, Lano Warp-Knäuel. Achso, Lano ist ja übrigens Esperanto und das war ja etwas, was sich durch Puerto Partido durchgezogen hat. Zieht sich durch Akta Aurora auch so eine Sprachfärbung irgendwie durch? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Also wir werden, das ist bei der ersten Folge noch anders, aber wir haben jetzt schon gesagt, wir werden quasi von den sprechenden Personen die echten Vornamen nehmen und nur noch den Nachnamen quasi ändern, aber das kommt eben darauf an, in welcher Zeit wir uns zum Beispiel befinden. Also wir können den Nachnamen nicht ganz so festlegen, weil es muss halt einfach zu der Thematik dann der einzelnen Geschichte passen. Wie wird sich denn darstellen, dass wir uns etwa in den 70er Jahren aufhalten? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen, also grundsätzlich haben wir es mit einer Organisation zu tun, die aus dem Jahr 3950 kommt und in unsere Zeit, also sprich in die 70er, gereist ist, um dort Agentinnen und Agenten zu finden, weil nämlich in der Zukunft keiner Bock hat, mehr zu arbeiten. Und wir wollten einfach diesen Charme von, ich sag mal, einem Faxgerät oder eben verschiedenen technischen Gegebenheiten, Gegebenheiten, die eben nicht alle mit einem Smartphone abgedeckt werden, erreichen. Und deswegen legen wir das so ein bisschen in die 70er, aber wenn da Fehler passieren, das ist dann auch nicht schlimm. Also so einen leichten Hang zum Dilettatismus haben wir ja schon immer bewiesen. Ja. Okay, das ist sehr schön, dass du sagst, er macht das deswegen, oder vielleicht ist ein Grund, dass man die analogen Spezialgeräte akustisch besser darstellen kann als dieses Universalgerät, was quasi bei jeder Anwendung in gleicher Art und Weise piepst oder klackert oder auch gar kein Geräusch mehr von sich gibt. Ja, es ist von der Geräuschkulisse einfach viel, viel schöner. Und deswegen werden wir auch erleben, wie quasi die verschiedenen Charaktere damit umgehen. Ja, du hast auch das Wort Improvisation bei der Beschreibung des Szenarios gerade verwendet. Wo wird denn da improvisiert, außer beim Spielleiter, der ja eigentlich immer von der Improvisation bisher gelebt hat? Wir werden im zweiten Teil, also quasi kommt dann am dritten Montag im Monat, werden wir dann den Kandidaten oder die Kandidatin drei echte Personen gegenüberstellen, die eben dann auf die Fragen direkt antworten. Also das heißt, wenn du der der Fragende bist, dann sprichst du mit einem der drei Verdächtigen beziehungsweise dann später mit allen drei und kannst eben echte Fragen stellen und die werden dir echt antworten, die werden nicht vom Soundboard kommen und das wird halt insofern spannend, weil man kann nicht alle Gegebenheiten abdecken und müssen dann quasi teilweise eben auch ihre Antworten improvisieren. Aber die grundlegende Geschichte ist den Improvisierenden dann schon bekannt, also die wissen schon in etwa wer es gewesen ist, wenn es jetzt um einen Diebstahlmord oder was immer das Verbrechen ist, was ihr da aufklären wollt. Genau, also das tatsächlich, also im Grund genommen haben, also es gibt eine, wo ich unglaublich dankbar für bin. Unsere Entwickler haben, also Jan und Lorenz haben mir eine Lano-Ink gebastelt, also eine Webseite mit einem Chat und Bassern, wo dann quasi die beiden Kandidaten oder Kandidatinnen eben auch echt in der Sendung Bassern können und die Verdächtigen sehen quasi dann ihre Beschreibung in diesem in diesem in dieser Lano-Ink und können eben im Notfall mit mir Rückfragen stellen oder ich kann eben das da ein bisschen steuern, aber letztendlich die Regie wird es in dem Fall nicht geben, das heißt im Grund genommen sind die verdächtigen Personen dann eben auch auf sich Welt, dass wenn sie eine Frage gestellt bekommen, die halt nicht abgedeckt ist, dass sie da dann sich das zusammenreiben. Das hast du mich ein bisschen abgehängt mit dem Wort Bassern. Ich kenne das so aus diesen großen roten Knopf in der Spielshow, wer als erster drauf drückt, hat das Recht zum Antworten und den Punkt zu bekommen gewonnen. Ist das gemeint oder was anderes? Ja, solche Elemente wird es eben auch geben, genau. Und dann die Kandidatin wird im Prinzip alleingelassen mit den drei, also du führst sie sozusagen in den Raum hinein und sagst, hier sind drei Telefone, sie können jetzt anrufen und dann lässt du die alleine? Im Grund genommen kann man das so sagen, wobei nach jeder Befragungsrunde ich eine Zusammenfassung mit dem Spielenden mache, das heißt, ich schreibe selber quasi hier handschriftlich mit, was gesagt wurde, worauf man vielleicht noch eingehen kann und kann das auf dem Weg wiederum steuern. Aber im Grund genommen werden diese Befragungen eins zu eins direkt passieren. Hast du denn dann so einen Regiekanal irgendwie, dass du den drei Auskunftgebenden noch irgendwie sagen kannst, sag mal, verwende dieses Wort oder nicht zu viel verraten, das kommt erst hinterher oder also eine Regieanweisung geben kannst? Ja genau, also die Lano Inc. ist genau dieses Tool, also die Kandidaten haben quasi Buzzer und Chat, in dem Chat können sie mit mir schreiben. Ich habe in der Ansicht den Chat sehen, mit welcher Latenz quasi welcher Kandidat zugeschaltet ist. Das wird dann auch wieder rausgerechnet, damit die Buzzer vernünftig funktionieren und so. Ui, ui. Ja, das ist saugeil, Entschuldigung, aber ich bin so stolz auf meine Entwickler, weil das ist wirklich, also die haben mir da ein Meisterwerk zusammen gebaut, das finde ich schon toll. Die Verdächtigen können nicht mit den Kandidaten schreiben, aber mit mir, ich kann mit denen schreiben und ähnlich wie ich es bei meinem Soundboard hatte, bei Puerto Partie habe ich auch Standardantworten die ich den Leuten schicken kann. Also sowas wie warte noch oder schicke jetzt darauf hin oder so. Genau, also im Grund genommen kann ich so ein bisschen Regie führen und sagen, naja, wenn er da nicht draufkommt, dann streue bitte das mit das Thema mit ins Gespräch mit ein oder so, das kann ich dann quasi steuern, ja. Und das sind da so zwei Chatfenster nebeneinander und du musst ins Richtige das Richtige eintragen, damit es auch beim Richtigen ankommt? Es ist ein Chatfenster und ich habe quasi für jeden, der mitspielt, also Verdächtige und Kandidatinnen und Kandidaten habe ich quasi einen Knopf, da drücke ich dann auf den Namen der dann kann ich mit der Person schreiben. Also so oft wie ich mit Tweetdeck schon Tweets an die falsche oder unter dem falschen Namen geschickt habe, würde ich ja jetzt schon mal leichte Wetten darauf eingehen, dass sie irgendwann mal die Nachricht beim Falschen rauskommt. Das passieren und das wird passieren und das wird bestimmt trotzdem eine enorm lustige Folge dadurch sehr schön. Was ist das zugrunde liegende Verbrechen, was aufgeklärt werden soll? Das ändert sich eben von Monat zu Monat. Also der erste Fall wird sein auf der Nellis Range, also in einer Militärstation und da wurde der sogenannte McGuffin Kompensator gestohlen. Und da muss man eben die Person rausfinden. Wir befinden uns im Jahr 1950 und wir müssen quasi rausfinden, wer denn diesen McGuffin Kompensator gestohlen haben könnte. Kannst du uns erklären, was damit kompensiert werden soll mit dem Kompensator? Der wird benötigt, um Zeitreisen überhaupt erst möglich zu machen. In unserer Geschichte McGuffin ist eigentlich der Begriff für einen Gegenstand in den Filmen der zur Handlung nicht beiträgt. Also es ist natürlich wieder so ein bisschen ironisch auch, aber das ist jetzt wirklich Nerdwissen oder halt wenn man es mal gehört hat, weiß man es, wenn man es nicht weiß, ist es auch nicht schlimm. Also das ist das Pendant zum Warpknoll dann, mit dem man ja auch Zeitreisen machen kann. Das Warpknoll ist in der Zukunft dann quasi aus dem McGuffin Kompensator, der 1950 entwickelt wurde, entstanden. Ah, so fügt es sich. Sehr schön. Wenn der Kandidat dann den Fall aufgeklärt hat, was bekommt der Kandidat, die Kandidatin dann? Er wird eben zum Rang der Stufe Feuerfliege ernannt, also er bekommt einen Agentenrang mit einer entsprechenden Punktzahl auf der Webseite und ist ab dem Zeitpunkt Agent. Okay. Oder Agentin. Heißt aber dann nicht automatisch, dass man in der Folge, der nächsten Folge dann wieder mitspielen wird. Genau, also das haben wir ein bisschen abgekoppelt, was aber schon passiert, ist, dass die Person, wenn sie möchte, mit in die Sprecherkartei aufgenommen wird und dann quasi später auch verdächtige Personen spielen kann oder Zeuge. Ja, so ein immer gleiches Szenario, also wie wir das vorhin gehabt haben, so eine Inselsituation, wo im Prinzip auch langsam die Infrastruktur bekannt wird, Stadttore, die einsam und verlassen irgendwo herumstehen, die man zwar nicht öffnen kann, aber leicht umlaufen kann und so, denke ich halt sehr gerne daran zurück, weil das so witzig war, wird man das dann auch haben oder ist es wirklich von Episode zu Episode auf einem neuen Spielfeld? Also tatsächlich haben wir uns von dem immer größer werdenden Inselfänomen verabschiedet, aber wir haben diesen Hörspielteil, Also das heißt, wir erfahren so ein bisschen soapartig, sage ich mal, was von Kommandantin C, die diese Ausbildungseinheit leitet, ich als Käpt'n Q, der eben Ausbildungsleiter geworden ist und Malik ist Assistent und so und da können dann auch teilweise neue Charaktere kommen, zum Beispiel haben wir auch den Agent Weber, der sich immer in der Zeit verirrt. Ja, okay. Und da wären wir jetzt auch tatsächlich bei der Qualifikationsfrage. Ja, super, super. Also die Brücken werden hier gebaut, wie an anderen Orten, die Unterhosen genäht werden, genau. Das heißt, wir hören jetzt quasi den Anrufbeantworter ab, wo uns Agent Weber zur Aufgabe stellt, wo er sich denn befindet. Jetzt müssen wir ganz genau zuhören und versuchen, das zu nicht beantworten. Darf ich das nicht? Achso, okay. Sebastian, gut, dass der Lars nicht hier ist, der wüsste das ja sofort. Hallo, hallo, Weber hier, Weber, ist da die Zentrale, könnt ihr mich hören? Hoffentlich geht das Funkdings hier überhaupt. Ich fürchte, ich habe versehentlich die Zeitmaschine in Gang gesetzt, als ich sie eben reinigen wollte. Es machte kurz Wusch und ich war hier. Ihr müsst mich unbedingt zurückholen. Apropos hier, ich weiß leider überhaupt nicht, wo und wann ich hier eigentlich bin. Irgendwo im Gebirge ist auf jeden Fall, also mindestens saukalt. Vorhin kam ein Hirte in Sandalen vorbei, der irgendeinen Kauderwelsch besprochen hat, habe ihn überhaupt nicht verstanden. Weiße Socken hat er nicht getragen, also würde ich Stuttgart schon mal vorsorglich ausschließen. Aber Moment, ich höre da was in irgendeinem Tröten. Ah, was ist das? Gibt es in den Bergen den Elefanten? Hallo, 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 hallo. Das ist nicht der Bergelefant, das war jetzt wieder unsere Trennhummel. Genau, also das sind, ich könnte nichts verraten, ich habe ja nicht mal den Hauch einer Ahnung, worum es da geht. Genau, also das wird jetzt, da wollen wir eben Jahr und Ort oder Situation eben wissen und das kann man dann eben unter der Nullnummer bis zum 5. Mai dann beantworten und wird eben Kandidat oder Kandidatin in der zweiten Folge. Und wenn man es per Audionachricht machen möchte, kann man die Antwort auch auf 0 2 2 1 9 8 6 5 3 2 4 6 aufsprechen mit der E-Mail-Adresse, damit man die Person natürlich auch... und ich sage doppelt wow, weil im Chat tatsächlich schon jemand sagt, ich weiß die Lösung. das ist da nicht zu fassen und das ist nicht der Lars, von dem würde ich es ja selbstverständlich erwarten, aber ich bin sehr beeindruckt, dass der Chat das schon weiß, aber nicht verraten, wir wissen es ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dann hast du eine Person, du hast mir aber vorher gesagt, du brauchst zwei Kandidaten pro Sendung. Ja, wir werden pro... Also tatsächlich werden wir zwei Leute raus auslosen. Aus allen, die jetzt da die richtige Lösung ein. Genau, also bei der ersten Qualifikationsfrage stellen wir eine Qualifikationsfrage und ansonsten wird quasi pro Folge, also es sind ja quasi zwei Folgen immer pro Fall und wir werden dann in jeder Folge einen Kandidaten, eine Kandidatin ziehen. Wie ist der große Plan, auch so mit Staffeln, die ihr dann irgendwie abarbeitet oder fangt ihr jetzt erstmal an mit dem ersten und guckt mal, wie es so läuft? Glaube ich ja eigentlich nicht, weil ihr ja schon Erfahrung habt. Wie ist der große Plan? Es wird eine, wir werden Staffeln machen, die erste Staffel wird bis August, Quatsch, bis Dezember diesen Jahres gehen, jeden Monat quasi ein Fall und dann im der Chat hat mich kurz abgelenkt, sorry. Stimmt das, was der Liebeskönig da schreibt? Der hat die Zahlen irgendwie gedeutet und meint es bitte, nee genau, die 9 ist doch kein A. Das stimmt doch gar nicht. Also zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, man kann ja den Telefonnummern teilweise auch Buchstaben zuordnen, also zumindest in der Zeit damals gab es ja auf den Telefonnummern immer so Buchstaben und es gab Anbieter, die haben statt einer Telefonnummer dann ein Wort genannt und man konnte im Prinzip das Wort eintippen und dann hat man dadurch ja auch gleichzeitig die Telefonnummer eingetippt und ich vermute, das ist das, was der Liebeskönig uns da gerade um Weiß machen will, das stimmt aber nicht. Genau, also die Telefonnummer ist 0 2 2 1 und dann Zunk Echo, was natürlich in den letzten Tagen eher doof ist. Aber das lässt sich womöglich leichter merken als 9 8 6 5 3 2 4 6 statt Zunk Echo. Z-U-N-K E-C-H nee, E-C H-O müsste passen, doch. E-H-O dann fehlt das, achso E-C-H-O. Kommt da eine Ansage? Kommt da eine Ansage auf dem Anrufer? Ja, da kommt eine Ansage. Dann können wir die ja gerade mal anrufen. Oh nein. Ja, 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 ja. Nein. Die Leute sollen doch selber anrufen. Achso. Und nicht schon wissen, was dann, obwohl, dann legen sie einfach auf. Okay. Sollen wir? Ja, dann ruf sie doch mal an. Probieren wir es mal an, wenn das denn. Mal gucken, ob das klappt hier. also... 32, 46, ja, 46 ist das letzte. Herzlich willkommen bei der Ausbildungseinheit Akte Aurora. Nach dem Referenzton werden sie aufgezeichnet. Die Aufzeichnung kann in der Sendung ausgestrahlt werden. Sind Sie damit nicht einverstanden, legen Sie jetzt bitte auf. Ich warte. Ich warte. Gut, Sie sind ja noch da. Hinterlassen Sie einen netten Kommentar oder bewerben Sie sich mit der Lösung unserer jeweiligen Aufgabe. Bei Bewerbung buchstabieren Sie bitte noch Ihre E-Mail-Adresse, damit wir Sie kontaktieren können. Diese wird nicht veröffentlicht. Ihnen eine gute Zeit. Flipper Info-Hit-Sendegarten.de Ich kann das jetzt schon auflösen, dass das nicht stimmen wird. Schade. Grüße an das ganze Team. Ich hatte es schon aufgelegt. Ach so. Oder kam noch ein Abspann hinterher? Nee, 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 nee. Ich glaube, man hat zwei Minuten, glaube ich, bis es stoppt. Sebastian, als der Johannes gerade von diesem Buzzer erzählt hat und mit dieser Latenzerkennung und Verhinderung, hast du dir das vorstellen können, was die da gebaut haben? Ja, das ist sehr spannend. Also sehr schön, dass das mit eingerechnet ist natürlich. Doch, das ist sehr schön. Doch, das kann ich mir, ja klar, weil du hast natürlich, je nachdem, wie es gelöst ist, hast du halt unterschiedliche Latenzen. Und wenn man, also gerade so beim Buzzern, kommt es natürlich auf Echtzeit drauf an. Das ist halt schon ein Argument, das mit einzuberechnen tatsächlich. Aber woher weiß ich denn, wie die Latenz ist? Ja, du kannst ja ein Ping-Pong-Spielchen machen. Du schickst ein Paket hin und wieder zurück und dann weißt du die Latenz. Okay. Das ist nicht, nichts. Und sowas ist dann auch einigermaßen stabil. Das ändert sich auch nicht sekündlich. Ja, aber also der, was du jetzt meinst, das nennt man Jitter. Das ist im Normalfall, sollte das irgendwie unter 10, 20 Millisekunden sein. Das heißt, da wird ein bisschen Varianz drin sein, aber das, also die 10, 20 Millisekunden, ich glaube, die kann man dann tatsächlich vernachlässigen. Das sollte dann nicht mehr, das kann natürlich im Zweifel auch entscheidend sein, aber ich glaube, dann ist es schon eher so die Muskelbewegung. Ich weiß gar nicht, wie schnell so die Muskelreaktionszeiten sind. Also es wird auch immer mal wieder getestet. Also es ist nicht so, dass am Anfang irgendwie die Latenz gemessen wird und dann nie wieder, sondern es passt sich schon auch ein bisschen der Situation dann an. Welchen Knopf muss man denn drücken auf der Tastatur? Weißt du das zufällig? Oder gibt es wirklich so einen großen roten Wasser? Nee, es gibt tatsächlich einen roten Wasser. Er ist auch rot tatsächlich. Man kann diesen Knopf dann auf der Webseite drücken. Ja, natürlich, klar, ja. Genau. Neben dem Chat. Und ich kann theoretisch, wobei ich das am Anfang wahrscheinlich nicht machen werde, für jede Folge auch unterschiedliche Buzzer-Sounds reinladen. Das ist schon sehr, sehr nice. Aber der klassische Berp ist doch wahrscheinlich, der zieht am meisten. Nein? Hör rein. Okay, okay. Also dann wird wahrscheinlich Flippers dazwischen sein, sozusagen. Zum Beispiel. Wenn du mal Kandidat bist, dann. Genau, dann wird. So, jetzt hast du gesagt, ein Fall pro Monat, das ergibt zwei Folgen und die erste Staffel geht bis August. Du startest jetzt quasi im Mai? Nee, bis Dezember. Ich hatte mich korrigiert. Also Mai, Juni, Juli, den ganzen Sommer durch auch? August? September, Oktober? Der August geht deswegen, weil wir ja auf dem Podstock sind. Und das ist zwar, also deswegen können wir im August eben auch aufnehmen. dadurch können wir durchsenden, genau. Willst du eine Live-Aufzeichnung machen da? Wir prüfen das gerade, ob das möglich ist, aber wir streben das gerade an, dass wir live dann beim Podstock eben auftreten können. Ui, das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Da können wir die Szene ja richtig nachspielen. Da muss ich dann nämlich auf die Lano-Ink verzichten. Das wird nämlich gar nicht so leicht. Also, weil ich kann ja schlecht mit den Leuten auf der Bühne chatten und über, also das müssen wir dann schauen, wie wir das vor Ort lösen. Das weiß ich aktuell eben noch nicht. Ich denke, das WLAN wird latenzfrei genug sein, so wie ich Sebastian einschätze. Also, da kriegen wir schon was hin, das sollte. Ja, also das müssen wir dann sehen. Genau, also wir müssen das noch ein bisschen ausprobieren und so. Und dann denke ich, dass wir das live machen werden auf dem Podstock. Der Lars ist inzwischen im Chat und der hat jetzt vorgeschlagen, das Netzwerk WLANO zu nennen. WLANO, sehr schön, Lars. Großartig. Grüße übrigens. Dass du nach so einem anstrengenden Tag noch den Nerv hast, hier reinzukommen und die Kraft. Herzlich willkommen dir an dieser Stelle. Super. Was muss man noch wissen über Akte Aurora, um mitmachen zu wollen? Womit kannst du locken, außer mit Rangabzeichen und Zahlen in einer Bestenliste? Oder meinst du, das reicht schon? Naja, das reicht schon mal. Gibt es Leniards und Aufkleber und Merchandise und so weiter? Ja, natürlich. Gibt es ein Spendenkonto und so weiter? Erzähl uns ein bisschen um das, warum. Also, wir sind gerade dran. Also, das verschiebe ich jetzt gerade noch ein bisschen nach hinten, weil da sind gerade andere Sachen wichtiger. Wir schauen, dass wir wieder Merchandise-Produkte ähnlich wie die Leniards damals haben, die individuell sind, also die kaum jemand anders hat. Und wir werden natürlich Podcasten, Podcasten haben. Wie die sind selten? Die Poetopartie der Leniards? Nee, also ich kenne kaum einen Podcast, der Leniards hat. Das meine ich. Ach so, ja, ach so. Ich wollte es sagen. Aber ich habe doch mal jetzt hier, ich bin tage ich ja mal ganz stolz. Genau, also wir haben da auch nur 200, glaube ich, machen lassen. Also so viele gibt es da ja quasi auch nicht. Aber wir haben jetzt quasi ein neues Produkt, das ich noch nicht sagen möchte. Aber man kann quasi, weil ich noch niemanden gefunden habe, der das herstellen kann, was ich mir da vorstelle. Das werden wir quasi noch versuchen, auch dann für das Podstock. Und natürlich wird es Postkarten geben und Aufkleber und sowas. Und da müssen wir dann nochmal überlegen, ob wir für die Lano Inc. separat welche machen, als für die Akte Aurora. Weil wir quasi die beiden Marken so ein bisschen etablieren, damit eben auch im Kopf wieder so eine Art Fantasiewelt entsteht. Also im Grunde genommen ist eben, also die Hintergrundgeschichte, die ich mir überlegt habe, ist eben, dass der junge Herr Lano eben die Lano Inc. gegründet hat. Und dann eben später, als er alt genug war, hat er sich dann eben auf Puentopathie dann niedergelassen. Oh, ein Prequel sozusagen. Ja, genau. Und auf die Weise ist ihm halt quasi das Wollknäuel noch erhalten geblieben. Auch das Lano Inc. Firmenlogo trägt quasi ein abstraktes Wollknäuel. Ja, das Warbknäuel quasi. Das heißt, ihr könnt auch die Farbe beibehalten oder wird es doch da eine Änderung geben im Design? Ja, also wir haben quasi, wir sind wieder in Blautönen. Wir sind allerdings ein bisschen weg von Zyren. Das hat sich nicht so ganz vereinen lassen, beziehungsweise hat in der Gestaltung nicht ganz so gut geklappt. Wie wir das machen, das muss sich der Zukunft überlassen. Okay, was würde sich denn bei Agenten anbieten? Ein gedecktes Grau bis hin zum Schwarz. Und dazu ein fröhliches Mausgrau. Genau, das ist halt, ja. Aber wir haben quasi verschiedene Blautöne und wir wissen ja von Herrn Lano, dass seine Wollknäuel eben auch blau sind und nicht Zyren. Okay, ein blaues Wollknäuel, zwei blaue Wollknäuel. Genau. So, erzähl mir was zur Finanzierung. Wie bringst du denn überhaupt das Geld auf, um das alles zu stemmen? Also wir haben von Puerto Partida quasi noch einige Unterstützerinnen und Zyrenistinnen. Ja, ich habe mit einem Auge in den Chat geguckt. Macht ja nichts. Und damit konnten wir jetzt quasi so diese Anschubfinanzierung machen. Wir haben uns von Patreon quasi jetzt verabschiedet für das neue Projekt, wobei wir die alten Patrione und Patrioninnen, die dürfen das weiterhin benutzen. Und wir werden quasi dann eben ab 2,50 Euro pro Monat den Leuten einen Unterstützerinnen-Feed zur Verfügung stellen, wo wir dann eben auch Interviews mit den Crewmitgliedern machen, was man eventuell noch entdecken konnte in den einzelnen Folgen. Das, was sich halt so anbietet. Und wir haben quasi eine Art Crowdfunding auf unserer eigenen Webseite installiert, wo man dann entweder global, also für das komplette Projekt spenden kann oder eben für die einzelnen Teilbereiche. Okay, das heißt also schon, dass das ein Crowdfinanziertes Modell im Grunde sein soll. Also du möchtest schon keine Werbung machen oder irgendwas. Genau, also wir wollen. Bei meinen Agenten, was würde sich anbieten, nur Heckler und Koch oder so, könntest du ja mal fragen, ob die vielleicht bei euch ein bisschen Werbung machen. Das ist ein Scherz. Aber hier, Aurora, dieses Mehl, das ist ja wahrscheinlich, wie war das noch, Marzipan, das würde ja sogar passen. Ja, nee, also es wird teilweise Werbung im Podcast geben, aber nur Fiktive. Das, also nur welche der Lano Inc. Dann kann sich der Jan Gießmann wieder austoben, meinst du? Genau, richtig, das ist genau sein Bereich. Das macht er auch so verdammt gut, also das ist, da ist kaum ein Unterschied zu den Originalen. Wenn man nicht genau hinhört, wenn man das nur mit einem halben Ohr hört, dann ist das wirklich überhaupt nicht zu unterscheiden. Und man muss sehr aufpassen, dass man nicht von ihm an der Nase herumgeführt wird. Genau, und also wir wollen ja eben auch kein Geld rauskriegen davon, also das ist auch fast nicht möglich, weil, ich sag mal, wir sind 18 Leute, jetzt angenommen wir machen 100 Euro Gewinn, wie teilst denn das durch 18? Das heißt, es ist für uns viel wichtiger, dass wir eben die Fixkosten decken können, dass wir das Merchandising-Material eben decken können, weil, ich sag mal, Aufkleber und so, die verteilt man ja eh so. Für uns ist wichtig, ja, hauptsächlich eben die Infrastruktur und da sind wir halt, wir brauchen einen Server für die Lano Inc., wir brauchen Hosting, wir haben natürlich, ja, also wir sind teilweise, also mit dem hauptsächlichen Feed, sind wir auf Podseed mit dem Unterstützerinnen-Feed bei Podigy, dann ist langfristig der Plan, dass wir vielleicht auch dann Studio Link unterstützen können und, dass wir eben dieses Wochenende-Event machen können, also das Schulungswochenende und dann, also das, ich hab's durchkalkuliert, da wird einem schon so ein bisschen schwarz vor Augen, wenn man sieht, was da an Geld reinfließt. Ja, solange die Zahlen schwarz sind, geht das ja eigentlich. Das stimmt, aber wenn es ein bisschen im roten Bereich bleibt, ist auch okay, aber es wäre natürlich schön, wenn da eben wir auf dem Wege so ein bisschen was zurückkriegen könnten. Du sprachst gerade dieses Schulungswochenende an, ist das diese gemütliche Städtereise, von der man vor einiger Zeit, so zwei, drei Monate, ist das wahrscheinlich her, bei Twitter so viel lesen konnte? Genau, also wir haben Hörerinnen-Treffen für Puerto Partida im November am Samstagabend gemacht und die Autoren und ich sind quasi am Freitag schon nach Köln, also ich war ja eh in Köln, aber im Grunde genommen die anderen kamen am Freitag und dann haben wir dieses Wochenende eben genutzt, um das Thema zu besprechen und dazwischen haben wir eben die Hörerinnen und Hörer getroffen und haben eben so ein bisschen die Sendung dann konzeptioniert. Und eine gute Zeit gehabt, also nach dem, was ich da so gelesen habe, gerade von Becky, die hat ganz viel getwittert, da war das wohl recht lustig das Ganze und es gab glaube ich auch Goldbrand und so, also es gab so einige Querverweise zu anderen Veranstaltungen. Ich habe selten so viel getrunken, ich habe selten so viel getrunken, wir hatten an dem Tag. Ja, tatsächlich. Also irgendwie, wenn man in so einem Brauhaus ist hier in Köln, dann, aber ich glaube man hat es nicht gemerkt. Aber ja, war... Genau, Verklücktheiten schreibt gerade Goldbrand und Putsch. Da müsst ihr euch ja auch wieder neue Marken rausdenken. Oder nee, wenn es ein Prequel ist, wer weiß, vielleicht gibt es ja schon Vorstufen von irgendwas. Da lässt die Fantasie ja vielleicht was mit sich machen. Ja, eben. Also da, das ist ähnlich wie bei Puerto Partida, die Welt, die wir schaffen, muss sich ja eben auch erst entfalten können. Wir können nicht von vornherein im Grunde genommen alles vordefinieren und die sofort aufbauen, sondern vieles auch bei Puerto Partida ist ja dadurch entstanden, dass Hörende bei Twitter irgendwelche Kommentare hinterlassen haben und wir dann quasi die Ideen auch mit aufgegriffen haben und eingebunden haben. Und ich denke, sowas wird eben in der Rahmenhandlung auch weiterhin das Projekt beflügeln und eben vorantreiben. Also man kann nicht davon ausgehen, dass ich, wenn ich die erste Folge Akte Aurora höre, dass ich dann sofort tief in dieser Welt drin stecke, sondern das eben genauso ein Entwicklungsprozess wie halt bei Puerto Partida. Ich greife mal eben die Idee des Salzstreuers aus dem Chat auf. Ich könnte mir vorstellen, dass man da ja wunderbar so Mini-Spionage-Kameras reinbauen könnte in so einen Salzstreuer. Ja, sowas hat es ja gegeben seinerzeit. Genau. Mini-Kameras in allen möglichen Gerätschaften, in Kugelschreibern und was weiß ich, Kleiderbügeln und wo man sie alle reingefummelt hat, damit man da überhaupt was aufnehmen konnte. Ja, genau. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht irgendwann auf diese, also wir reisen ja durch Dimensionen und Zeit. Das heißt, es ist durchaus denkbar, nicht in den ersten Folgen, weil das versteht kaum jemand, der dann zum ersten Mal reinhört. Aber warum landen wir, also wir könnten auch mal irgendwann auf Puerto Partida landen und müssen dann zum Beispiel den Dieb des Salzstreuers wählen. Oh ja, genau. Wobei wir natürlich schon wissen, wer es war, aber vielleicht kriegt man da noch irgendwie was anderes gematcht, dass zum Beispiel jemand den so platziert hat, dass Stefano ihn mitnehmen musste oder was weiß ich. Also da kann man durchaus sich noch einiges einfallen lassen, aber das wird Ben dann später in den Staffeln kommen. Jetzt muss ich an Star Trek denken, wo die versuchen, den Wal zu retten. Das ist ja auch so eine Zeitreise irgendwo, sind die da nicht auch in den 70ern unterwegs? Das erinnert mich gerade irgendwie sehr daran, dass man in eine andere Zeit reist und ein Problem löst, was irgendwie, also ein bisschen, als man den Film damals gesehen hat, was soll das mit dem Wal? Also das ist ja irgendwie, aber das hatte halt Auswirkungen dann für die Zukunft und so könnte man das verflechten irgendwie. Ja, also im Grunde genommen versuchen wir eben Anomalien in der Zeitachse auszubügeln und im Grunde genommen ist es schon so, dass es enorm viele Referenzen gibt. Also wir haben irgendwie zwei Brettspiele gerade gefunden, die sich in einer ähnlichen Thematik beschäftigen. Es kam jetzt The Orwell neu auf ProSieben, wo es auch irgendwie Zeitreisende aus der Zukunft kommen, angereist, um Gegenstände, die quasi tot sind oder sterben würden oder kaputt gehen würden, kurz davor zu retten, um sie dann als Ausstellungsstück eben in der Zukunft zu behalten. Und also ich sage mal so, es gibt halt sehr viele Referenzen. Wir müssen halt schauen, dass wir unsere eigene Welt kreieren und da die Leute für begeistern können. Und Parallelen wird es halt immer geben, das lässt sich nicht ausschließen. Also auch zu PP hat man ja oft Lost erwähnt oder so oder Point-and-Click-Adventure oder so. Also das ist halt so, da muss man ein bisschen drüber stehen. Ja gut, aber wenn du so eine Art von Setting einrichtest, dann ist ja klar, dass es immer irgendwie was Ähnliches und Vergleichbares mal schon gegeben hat. Also wenn ich jetzt heute ein Auto konstruieren würde und das hätte vier Räder in jeder Ecke eins, dann würde auch jeder sagen, ja, aber das gibt es doch schon. Ja, ja, natürlich, aber vielleicht ist das Auto dann irgendwie an einer anderen Stelle anders. Das hier Tesla, die haben halt auch ein Auto entwickelt, was es schon gab, aber das gab es halt so noch nicht. Insofern gleich und doch nicht gleich. Oder wie man so schön sagt, same, same, but different. Das ist ja kein Vorwurf eigentlich. Naja, steckt halt in dem Ding halt drin. Wie ist denn die, also du hast eine ziemlich starke, wie soll man das sagen, Ultra-Anhängerschaft, aber es gibt ja auch die eher etwas Entfernteren und als du gerade das Wort Hörertreffen erwähnt hast, was sind denn da noch für Menschen dazugekommen? Oder waren das eigentlich die Ultras, die sich da getroffen haben oder gab es da auch noch Leute, die eher so, die wirklich die, sagen wir mal, die normalen Hörer waren? Das ist halt immer die Frage, wie weit fasst man die Zyran-Ultras, weil natürlich man, oder Zyranisten, also wer gehört jetzt da dazu und wer nicht, das ist nicht so leicht zu definieren. Denn wir hatten die Sonja zum Beispiel, die aus Berlin angereist kam, wo ich schon erstaunt war, weil das ist ja doch auch eine weite Strecke. Berlin-Köln. Ja, das ist mit dem Flieger eine Stunde, aber mit dem Zug geht das durchaus mal auf die acht, neun Stunden. Und also da waren durchaus einige Leute da, die ich noch nie gesehen habe, aber auch viele Bekannte, die man auch vom Podstock her kennt und das ist schon sehr, sehr cool doch. Und was haben die dann oder mit euch gemacht? Wollten die dich einfach einmal nur sehen, dich sprechen, hast du ihnen ein Autogramm gegeben oder wie war die Interaktion zwischen den Menschen und dir? Also es waren ja eben die Autoren da und wir haben uns halt oft umgesetzt, haben im Grunde genommen mit den Leuten uns unterhalten, haben Ideen aufgenommen, haben so ein bisschen überlegt, in welche Richtung das nächste Setting eben gehen wird. Also quasi die Akte Aurora und ja, ein offener, lockerer Austausch, wie das bei so Hörerinnen treffen ist, ne? Okay, also einfach nur mit, also wirklich kennenlernen, einfach mal ein bisschen schnacken miteinander, wie das Leute aus dem Norden sagen würden. Ja, also und das ist auch, genau, beschnuppern, das ist halt auch toll, weil man, ich kann mich erinnern, da war, es war auch ein Mann dabei, dessen Frau uns immer hört, er aber noch keine Folge gehört hat. Und da mal so eine andere Perspektive auch zu bekommen von Sachen, die er quasi nur über zweite Instanz überhaupt mitbekommen hat und dann plötzlich da ist halt, sowas ist halt auch sehr spannend. Oder eben mal ein direkteres Feedback zu bekommen als über Twitter oder eben auch mal zu hören oder auch zu sehen, wer steckt denn eigentlich hinter diesem Twitter-Account? Ja, und die Zionistinnen und Zionisten haben mir dann am Abschluss eben auch eine Postkarte geschickt, wo alle nochmal unterschrieben haben und so und das war schon sehr schön. Also das, da merkt man dann irgendwie, ach, das ist toll, dass das so viele Leute erreicht. Da hat der Homo Ökonomikus in dir dann auch mal sich gefreut. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so ein abgezockter Rechner bist irgendwie, also dafür sehe ich dich irgendwie mal ganz anders an. So bin ich auch nicht, wie kommst du da drauf? Naja, weil du vorhin gesagt hast, dass du ja bewirtschaftet, BWL studiert hast und dass du dann manchmal auch eher so ein bisschen neutral und nicht so emotional auf die Sachen schauen kannst. Nein, ich habe halt auch eine BWL-Seite irgendwie, also das lässt sich nicht leugnen, aber das heißt nicht, wenn ich jetzt das Projekt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchkalkulieren würde. Also es hilft mir, den Überblick zu behalten, aber wenn ich jetzt Akte Aurora oder so unter reinen wirtschaftlichen Aspekten und nicht unter künstlerischen Aspekten sehen würde, dann müsste ich theoretisch das Projekt einstellen, bevor es angefangen hat. Also es ist quasi auch viel Spaß und Freude und eben Austausch und die Hoffnung eben was auf die Beine zu stellen, mit dem keiner gerechnet hat. Und das ist so ein bisschen Leute überraschen eben, ja, das finde ich bringt halt auch sehr viel und zwar eben eher auf der menschlichen Seite, weil man eben merkt, dass oder wenn jemand einmal ein Bild schickt oder netten Kommentare hinterlässt, und auch das ist einfach ein Feedback, das du in der Wirtschaft zum Beispiel gar nicht bekommst, ja, also, hey, da hast du aber einen tollen Aktienverkauf gemacht, hört man glaube ich nie. Höchstens, man hat irgendwie fünf Millionen für das Unternehmen umgesetzt. Also, ich sag mal so, ich bin jetzt auch als Freiberufler quasi, der eben für eine Firma sehr viel oder viel mit einer Firma zusammenarbeitet, bin ich jetzt nicht der, der enorm reich hier aus der ganzen Geschichte geht. Also, sowohl bei den, die Podcast-Projekte werfen bisher kein Gewinn ab und vermutlich werden sie das auch nie. Und wenn sie Gewinn abwerfen würden, mit wem müsste ich es dann teilen? Also dafür wird dann eben die Gruppe irgendwann zu groß und das ist aber auch nicht der Kernantrieb. Es hilft mir, um das Ganze quasi gegenüber Finanzamt und so weiter auf die Bühne zu bringen oder mich da nicht zu verzetteln. Aber es schlägt schon ein Herz in mir auch. Das würde ich auch nie in Zweifel ziehen, wirklich nicht. Oder aber gerade von denen, die Frage stellt, wird man als Ökonom oder als Banker oder so auch mal gelobt, fiel mir die Serie Bad Banks ein. Die habe ich auf Arte gesehen, ich weiß gar nicht, ob die da noch läuft. Das ist so ein... Ich meine, die gibt es auf einem der Streaming-Dienste. Ja, kann auch sein. Als so eine junge, aufstrebende Bankerin, die da irgendwie, genau wie du gesagt hast, irgendwelche Aktien kauft oder irgendwie da in diesem Gewerbe unterwegs ist. Und die werden tatsächlich auch mal gelobt. Aber das ist alles immer sehr falsch. Also ich habe das Gefühl, das kommt nicht vom Herzen, sondern das ist mehr so, weil man eben weiß, dass die Menschen darauf positiv reagieren. Morgen kann das alles schon wieder ganz anders aussehen. Es war ziemlich gruselig, diese Serie anzugucken. Das war mal sehr interessant. Ist das eine Empfehlung oder... Eine halbe. Ja, es geht. Eine halbe Empfehlung. Das Problem ist, also für mich war das mal eine ganz interessante Geschichte, so in diese Welt hineinzugucken. Also wie ticken da die Menschen eigentlich? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn die Schauspieler ungefähr mit zwei verschiedenen Gesichtsausdrücken arbeiten mussten. Also da hat sich die Regie jetzt nicht besonders nach vorne getraut. Oder das sollte so sein. Also man weiß es ja nicht so genau. Also die waren mir ein bisschen sehr holzschnittartig so. Freude und Grimasse oder so. Und zwischen diesen beiden Gesichtsausdrücken war irgendwie nicht viel Variation. Aber ich bin der Grantler, wie ich mit Melanie mal herausgearbeitet habe. Der alte Mann, der so vor sich hin nörgelt. Von daher mag sein, dass das auch ganz tolle schauspielerische Leistung war. Also ich fand es eher so ein bisschen... Kann ich jetzt zur Serie leider nichts sagen. Ich erinnere mich an The Wolf of Wall Street. Und ich mag... Ich reagiere ja selber, wenn jemand bei mir Gesprächsmanipulationstechniken probiert, merke ich das relativ schnell. Also es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten, ein Gespräch zu manipulieren. Und da werde ich innerlich sehr aggressiv dann, wenn das jemand versucht. Ja. Also ich kann das nicht selber umsetzen. Auch wenn ich verstehe aus BWL-Sicht, warum man das macht. Aber dafür bin ich viel zu sehr in der Podcast-Szene dann verankert. Die hat mir so, dass es BWL-Denken... Also das meine ich eben mit auch, was ich vorhin am Anfang des Podcasts gesagt hatte, mit dem Horizont erweitern. Nur weil man eben lernt, alles in Zahlen auszudrücken oder eben, ich sag mal, es gibt so einen Grundsatz, wenn ein Produkt doppelt so teuer ist, muss es auch den doppelten Nutzen haben. Das hat mir auf einem Praktikumsplatz sehr geholfen, weil ich stand dann vor dem Süßigkeitenautomat, konnte mich nicht entscheiden, was ich kaufen möchte. Und dann habe ich ausgerechnet, welche Tafel Schokolade am meisten Gramm rauswirft für das Geld. Aber ja, grundsätzlich ist das, man darf nicht zum BWL-Zombie werden deswegen, sondern es gibt auch solche Bereiche wie Wirtschaftsethik. Die entstehen ja nicht einfach so. Ja, ich finde es immer faszinierend, wenn Menschen etwas machen, was so mit dieser ökonomischen Idee so gar nichts zu tun hat. Wir sind alle, also ich will es gar nicht schlecht reden, wir alle sind in diesem Wirtschaftssystem groß geworden. Und es ist für uns selbstverständlich, dass es nicht nur einen Joghurt im Laden gibt, sondern 30, wo wir auswählen können. Es hat in einem anderen Teil unseres Landes lange Zeit etwas, ein anderes System gegeben. Da gab es genau eine Sorte und wenn die mal nicht da war, dann gab es eben gar keine. Die Menschen haben sich sehr danach gesehnt, Auswahl zu haben, weil es eben doch irgendwie auch was Angenehmes ist. Gleichzeitig ist diese absurde Entwicklungsdruck, dass irgendwas noch toller ist als das nächste, als das andere und die Begriffe wie super, mega, ultra, extra und so weiter, die man auf den Produkten liest. Die sind so sinnentleert, dass man schon noch lachen kann darüber. Andererseits hätten wir das nicht, würden wir wahrscheinlich bei dieser einen armseligen Joghurtmarke stehen und die würde noch nicht mal lecker sein, weil das einfach lieblos zusammengerührt wird. Die Leute kaufen es ja sowieso. Also das hat natürlich auch was Gutes, aber es kann auch zum Schlechten umschlagen. Deswegen ist der gute Mittelweg, glaube ich, immer das, was wir anstreben sollten, ist so meine Alltagsschnur. Das ist halt tatsächlich auch jetzt ein sehr komplexes Thema, aber es gibt halt auch eben Ikea, die einen billigen Bilderrahmen verkauft haben, wo halt statt Glas vorne eine Plexiglasscheibe war und dann stand da eben mit Bruchschutz oder so ähnlich, also damit man sich nicht verletzt. Super, genau. Das sind halt genau solche Manipulationstechniken unter anderem, die ich sehr, sehr kritisch finde. Also das bestes Beispiel ist so beiläufig im Gespräch, also machen vor allem Finanzberater, so beiläufig im Gespräch zu erzählen, was man gerade Tolles macht. Also zum Beispiel, ja, ich bin gerade, ah, schön dich zu sehen, ich bin gerade auf dem Weg zu einer Kundin, da habe ich schon 3000 Euro gespart durch mein Finanzprodukt und was machst du so? Also gar nicht darauf eingehen lassen, aber im Grunde genommen so ein Bedürfnis erwecken nebenbei. Das sind so Gesprächsmanipulationstechniken, die eben in der Wirtschaft sehr gerne umgesetzt werden und das macht mich unglaublich aggressiv oder wenn, also innerlich, nicht äußerlich. Oder es gibt günstige Friseurläden, wo dann die Friseurdame oder Herr durch deine Haare streift und sagt, oh, sie haben XY, nennen wir mal Schuppen, nennen wir jetzt mal Schuppen. Sie haben Schuppen, da habe ich ein ganz tolles Eigenprodukt für 12 Euro und da merkt man dann halt doch, also das nennt sich dann Upselling beziehungsweise Crossselling, genau weiß ich es jetzt gar nicht mehr, müsste ich nochmal nachschlagen. Aber im Grunde genommen, du vertraust quasi auf das Urteil der Fachkraft und das hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun, sondern eben eher damit, dass man noch was verkaufen muss, weil halt der Friseursalon eigentlich zu günstig ist, sondern eben hauptsächlich über diese Produkte verkauft. Kleiner Exkurz in Gesprächsmonikation. Ja, 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 also ja, können wir jetzt, wollen wir lieber nicht vertiefen, wir werden hier gerade schon aufgefordert, wir sollen diesen Skandal besprechen, ich glaube, das werden wir lieber nicht tun, sonst dauert mir das hier alles noch zu, zu, zu sehr lange. Entschuldige. Ich habe dich ja überhaupt nicht, ich habe dich ja dazu angestiftet, weil es mich selber interessiert hat, aber was ich vielleicht noch, das wäre dann so die letzte Frage oder der letzte Gedanke, du hast als Podcaster angefangen, ich glaube die ersten Gespräche, die wir miteinander so geführt haben, da warst du ein bisschen ruhiger, ich sag mal schüchterner, als du es heute bist. Hast du über das Podcasten an dir Facetten trainieren können oder feststellen können, entdecken können, die dir vorher nicht so bekannt gewesen sind? Hat das irgendetwas mit dir gemacht? Hast du selber die, du hast vorhin gesagt, wer bei uns mitmacht, der kann auch was sozusagen in Anführungszeichen fürs Leben lernen, hätten meine Eltern gesagt. Hast du für dich auch etwas mitgenommen, hast du gesagt, ja, das habe ich da gelernt und sonst nicht, hätte ich nicht lernen können? Ja, durchaus. Man kann ja einfach rein sprechen und dann funktioniert das. Aber ich glaube, dass ich im Ausdruck auch ein bisschen besser geworden bin. Und ich lerne unglaublich viel halt auch in dieser Teamzusammenarbeit unterm Strich dann. Also, wie zum Beispiel haben meine Entwickler, meine Programmentwickler, wir haben ein Thema besprochen, eben wie diese Lano Inc. auszusehen hat. Dann habe ich das niedergeschrieben und aus der IT-Richtung kam dann eine richtig ausformulierte Programmierstruktur, nicht Programmierquatsch, sondern ein richtiger Plan, damit man sich nicht missversteht, wenn sie jetzt was falsch programmieren, dass das gar nicht erst zustande kommt, sondern das wurde im Grunde genommen ins Detail besprochen, während zum Beispiel in der Grafik, also mit Künstlern, sage ich mal, ist das eher so ein Ping-Pong-Spiel. Also, ich sage, was ich ungefähr will, schreibe das nieder. Der Grafiker versucht sich dann daran, versucht das umzusetzen, macht dann verschiedene Entwürfe. Also, es gibt auch für das Lano Inc. Logo gibt es, glaube ich, 20 Entwürfe oder so, die wir dann diskutiert haben, dass es also so ein kreativer Prozess ist, hat eine viel größere Bewegung, während halt geschriebene Programmzeilen letztendlich im Vorfeld viel stärker feststehen müssen. Und diese Zusammenarbeit mit verschiedenen Personengruppen, also aus meiner Arbeit früher beim, ich war im Vorstand in einem Verein in Würzburg, der pro Monat irgendwie 30 Veranstaltungen hatte oder Termine im Kalender. Da waren dann mehr soziale Leute mit drin, also die eben Sozialsoziologie studiert haben und so. Also, so mit den verschiedenen Personengruppen zu interagieren und eben genau zu wissen, okay, der WWLer steht halt eher auf Zahlen. Jetzt sind wir zwar so ein bisschen gerade im Schubladendenken, aber so ein bisschen eine Typsache spielt da ja schon mit rein. Und du musst als Medienproduzent, aus meiner Sicht zumindest, viel eher den Rücken des Regisseurs freihalten und mit ihm halt und seine kreative Ideen auch versuchen, umsetzen zu lassen, wenn sie nicht völlig absurd sind, vom wirtschaftlichen statt ihm Zahlen vorzuhalten. Weil damit können nur manche was anfangen. Also, das war jetzt ein sehr langer Satz. Was ich meine ist eben, jede Person braucht so ihre eigene Zielgruppe. Ja, und das heißt, die Sprache für den WWLer muss anders sein als für den ITler, als auch für eben den sozialen Menschen, als auch für, keine Ahnung, den Professor. Und es ist halt, ja, einfach spannend, eben diese verschiedenen Perspektiven erstmal zu verstehen. Und was denkt sich die Person dabei? Also, wie gesagt, der Programmierer braucht oder Entwickler braucht in dem Fall eher klare Ansagen, weil wenn er das jetzt am Anfang falsch programmiert hat, läuft das in eine völlig falsche Richtung und wir müssen von vorne anfangen. Der Grafiker kann im Nachhinein immer noch die Farbe ändern oder, also da ist viel mehr ein Gestaltungsprozess dahinter. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, klar, du musst die Leute anders abholen. Also, die stehen halt woanders, wenn du was von denen willst. Wenn du ihnen genau mit derselben Botschaft entgegentrittst, dann kann es sein, dass du nicht das erreichst, was du erreichen möchtest. Du musst sie schon anders bedienen, weil sie einfach auf anderen Kanälen auch hören und auch andere Techniken einsetzen. Also, die klassischen Programmierer mit dem Pflichtenheft oder Lastenheft und dann geht das los oder die Moderneren, die das eher agil machen, die sind aber wahrscheinlich eher so wie der Grafiker. Die können das dann hinterher auch noch erinnern oder sie merken relativ frühzeitig, wann ihr mit euren Vorstellungen auseinander lauft. Das kann ich aber nur vom Hörensagen, also da will ich jetzt auch nicht zu viel rumdeuten. Ich könnte vielleicht Sebastian intervenieren, wenn er noch wach ist. Bist du ein Agiler? Bin ich ein Agiler? Ja, also, klar, nee, ist schon richtig dargestellt. Also, bei der agilen Technik versucht man ja gar nicht so weit zu planen, sondern man hat halt so ein riesiges Backlog, was irgendwie mit dem Auftraggeber erstellt wird und dann wird halt in verschiedenen Spins, also in verschiedenen Abläufen, halt versucht halt was umzusetzen. Und dann iteriert man quasi so zu dem Produkt, wo man hin will. Wohin ging beim klassischen Lastenpflichtenheft, weil eigentlich erstmal alles dann gesetzt ist und dann halt mit Meilensteinen gearbeitet wird. Und wenn dann halt festgestellt wird, okay, irgendwas passt nicht, dann wird es halt schon wieder schwierig, weil meistens ja dann auch auf dem Lastenpflichtenheft Zahlungsvereinbarungen oder Kostenschätzungen basiert haben. Und wenn es, da driftet es dann meistens auseinander und deswegen, es hat sich ja dieser agile Prozess dort entwickelt. Aber ich bin jetzt auch nicht so viel Entwickler, weil ich eher Admin bin und deswegen, also wenn ich eigentlich nur noch für mich selber entwickle. Und da muss ich natürlich das nicht mit mir selber machen. Wir können jetzt nur raten, unter welcher Technik der Berliner Großflughafen entstanden sein könnte. Das klingt eher nach Lastenheft, würde ich sagen, oder? Ich weiß es nicht. Und dann später Reparaturen. War doch so bestellt. Ne, aber genau diese Unterschiede merke ich halt auch zwischen den Autoren zum Beispiel. Also wir haben ja den Historiker Mirko Gutjahr, der ja schon auch einen absurden Humor hat, aber halt auch diese Korrektheit teilweise eben in den verschiedenen Zeitgeschichten einfach auch so ein bisschen drin hat. Während der Jonas eher lustigere oder sehr lustige Folgen schreibt, die halt eine gewisse Komik haben, wo dann eventuell auch mal eine Logiklücke drin sein kann. Oder eben auch der Steff, der eben eher, also der, der im Grunde genommen aus dem Schulbetrieb kommt oder Lehrbetrieb kommt, dass, da merkt man einfach die verschiedenen Personen. Und das macht eben so ein Projekt auch enorm spannend. Und das macht so ein Projekt auch so vielfältig. Und deswegen, ja, bin ich eben auch sehr, sehr glücklich, dass wir, also ich bin enorm glücklich, dass wir jetzt am Montag endlich starten können. Ja. Und natürlich wird es jetzt knapp für uns, weil eben ich die Webseite nochmal zerhauen habe gerade. Und bevor wir angefangen haben und, aber wenn man sich keinen Endtermin setzt und sagt, so jetzt leg mal los, dann kommt man, dann verschiebt man einfach zu viel. Also jetzt am Montag, wir sagen nochmal, das Datum ist es der 30. Genau, der 30. Da geht die Webseite online, also die Landingpage wird verschwinden, man kann die Qualifikationsfrage beantworten und um 17 Uhr, also um 17 Uhr. Und da wird dann eben auch der Feed auf der Webseite abonnierbar sein. iTunes kann sein, dass es zwei Tage länger dauert, das kann ich nicht beeinflussen. Aber dann starten wir in diesen Podcast und dann werden wir auch das Video veröffentlichen, wo ihr eben schon mal so einen kleinen Einblick hattet, vom Ton zumindest. Aber auch die grafische Geschichte ist da eben auch sehr, sehr cool geworden. Also gerade, also ich habe, wir haben alte Aufnahmen genommen von mir, von vor zwölf Jahren, habe ich glaube ich vorhin schon erwähnt. Ich wollte gerade sagen, mit Kinderbildern von Johannes, genau. Naja, so jung, also da war ich auch schon alt, also jung, alt. Und die Greenscreen in diesem Kurzfilm, aus dem wir die Szenen genommen haben, war damals so grottenschlecht und jetzt ist er einfach wesentlich besser, weil die Technik es einfach viel eher kann. Die Kontur ist wahrscheinlich viel präziser ausgeschnitten. Genau, die Kontur ist präziser ausgeschnitten und das, obwohl wir nicht mal die Original-Greenscreen-Aufnahmen von damals genutzt haben, sondern eben den DVD-Rip quasi von meinem eigenen Film, weil wir das Originalmaterial noch auf BTSP hatten und ja, da habe ich keine Ahnung, wie ich da, also auf welcher Kassette das ist und so weiter. Okay, wir fassen zusammen. Am Montag geht es los. Das habe ich noch nicht richtig begriffen. Man kann live zuhören, wenn da aufgezeichnet wird? Nee. Kann man nicht. Also die erste Folge ist schon aufgezeichnet worden. Die kommt quasi dann am 1. und 3. Montag im Monat und am 30. werden wir mit der Nullnummer starten, wo wir quasi nochmal die Informationen, die ich heute hier exklusiv erzählt habe, nochmal zusammengefasst in der Nullnummer haben. Das habe ich auch deswegen diesmal vorangeschickt, wo wir so ein bisschen erklären, selbst sowas wie, wie man den Podcast abonnieren kann, weil man glaubt gar nicht, wie viele Leute sich das auf einer Webseite anhören, ohne zu wissen, was dieses Abonnieren bedeutet oder so. Und das, ja, erkläre ich quasi in der ersten Folge. Blume 3 schreibt, ohne Kuh verleiht seine Entwickler gegen eine geringe Gebühr. Ja, nein, wenn sie es möglich machen wollen, dann dürfen sie das gerne. Also nein, das hört sich noch schlimmer an. Verdammt. Am Wochenende und nachts dürfen sie dann auch mal für andere arbeiten, freiwillig. Nein, nein, ich kann sie fragen, ob sie Zeit haben oder nicht. Ohne Kuh leitet eine Zeitarbeitsfirma, ja, Zeitreißer-Arbeitsfirma. Zeit, genau. Mit dem McCuffin-Kompensator oder dem Verbknäuel. So, okay. Ich denke, wir haben, ja bitte, noch mal. Nur ganz kurz, was halt für uns jetzt bei Akte Aurora enorm spannend wird, wir nehmen zwar vielleicht einen Teil der Hörenden aus Puerto Partida mit, aber der Markt, der Podcast-Markt ist schwieriger geworden. Das heißt, es strömen viel mehr Podcasts auf den Markt, während wir mit PP damals, ich glaube, ein halbes Jahr in den iTunes-Charts irgendwie waren. Also nicht in dieser nummerierten Auflistung, aber unter Neu- und Beachtenswert ist halt die Frage, wie lange wir uns da diesmal halten können überhaupt, weil wir halt im Grunde genommen neu starten. Und da ist es halt dann auch wieder wichtig, dass iTunes-Rezensionen geschrieben werden und sowas. Und das wird für uns super spannend, ob wir diese Aufmerksamkeit, die gerade so ein Format, wo eben sehr viele Personen wechseln, also zwei Kandidatinnen und Kandidaten, drei Verdächtige, drei Zeugen. Das wird schon noch sehr spannend, ob wir das wieder so stemmen können, wie das eben bei PP war, einfach aufgrund der Masse der neuen Podcasts. Ich bin da schon durchaus zuversichtlich, dass ihr eine nennenswerte Menge Menschen dafür begeistert könnt, weil ihr einfach was abliefert, was so beliebt ist. So, dieses Rätselraten und Whodunit, also wenn wir so mitmachen, ich glaube gerade auch im Krimi-Genre seid ihr sehr gut untergebracht, denke ich mir. Aber gut, wird sich zeigen. Ich bin jedenfalls optimistisch. Ich bin optimistisch für euch. Danke für deinen Optimismus. Also wir freuen uns auf Rätsel. Ja, eher Wettkampf, Rollenspiel, Impro und spannende Kriminalfälle. Zielblum. Ich möchte auch den Zielblum hören. Zumindest 70er Jahre Musik wurde, also das Intro hat der Tim noch komponiert und so, das ist schon sehr funky. Schubidu. Pau, wow. Ja. Pau, wow. Gut, also von der Feuerfliege zum goldenen Papagei. Der Weg ist eröffnet ab Montag. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank, dass du uns das so ausführlich erzählt hast. Wir kommen von der Gartenbank runter. Wir nehmen den Fokus von dir weg, aber das heißt ja nicht, dass du verschwinden musst. Bleib einfach bei uns, wenn wir durch die weitere Sendung gehen. Und dann kommen wir jetzt auf die, nee, wohin? Ins Querbeet, genau. Und dann gucken wir mal, was uns da blüht. Musik 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 Das Querbeet ist heute nicht ganz so stark bestückt. Ich sagte ja eingangs schon, dass die Vorbereitung ein bisschen runtergeschraubt werden musste. Wir möchten aber unbedingt darauf hinweisen, dass heute die Grimme Online Award Nomenierungen 2018 bekannt gegeben wurden. Und es sind auch Podcast-Angebote dabei. Juhu, juhu. Ich habe drei gezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Und zwar ist das in der Kategorie Wissen und Bildung. Die Anachronistin, Nora Hispers, erzählt ja von ihrem Großvater. Hatten wir auch schon hier. Die hat uns aus ihrem Werk schon erzählt. Sehr schön, ich freue mich sehr. Ich bin ein Nora-Fanboy, muss ich immer wieder dazu sagen. Dann in der Kategorie Kultur und Unterhaltung die Halbe Kartoffel, der Halbe Kartoffel-Podcast aus dem Label Haus 1 von Kada, Susanne. Ach nee, Barbara ist glaube ich nicht Haus 1 mitgestaltende. Jedenfalls ist das ein Podcast, wo ein Mensch, dessen einer Elternteil aus Deutschland ist und der andere irgendwie nicht. Deswegen bezeichnet er sich als halbe Kartoffel und sucht andere Menschen, die ungefähr genauso gestrickt sind und die unterhalten sich halt darüber, wie das in Deutschland so ist für sie. Der ist da auch nominiert und dann gibt es, ach in derselben Kategorie Kultur und Unterhaltung, den Was denkst du denn Podcast. Das ist ja auch Nora und Rita, Nora Hispers, Rita Molzberger, wo die Rita der Nora die Philosophie erklärt. Und dieser Podcast wird von Episode zu Episode hörenswerter, weil Rita immer weiter auftaut. Und die Kölsche Klappe kommt immer häufiger dabei heraus. Das ist so schön und man kann gleichzeitig noch eine Menge dabei lernen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen. Kannst du mit auf die Liste gucken, Sebastian? Hast du noch einen anderen gesehen? Nee, also im Sendegate fand ich nur den Kommentar schön, dass Rita quasi einen Online-Apport bekommt. Das ist ja super, ne? Ist das nicht, dass die von sich aus sagt, dass sie am liebsten offline lebt, bekommt ein Online-Apport. Herrlich. Nee, ansonsten, ich kann nochmal rüber blättern, aber sonst ist mir jetzt auch keiner so ins Auge gesprungen, den ich jetzt kennen würde, außer die, die du jetzt schon vorgelesen hast. Ja, die sind also heute bekannt gegeben worden und jetzt habe ich mir vorhin aufgeschrieben, jetzt habe ich es vergessen. Irgendwann im Juni ist die Preisverleihung in Köln. Der Johannes war im Jahr 2016 auch nominiert mit Buerto Partida und war bei der Preisverleihung. Kannst du uns erzählen, wie das da so ist? Johannes, bist du noch da? Ist überhaupt noch jemand da? Achso, gut. Johannes ist nicht mehr da. Seine Spur ist noch da. Der macht gerade eine Pause. Spuren im Garten. Habe ich irgendeine Nachricht übersehen? Nee, gut. Okay, dann fragen wir ihn nachher vielleicht zum Ausgang nochmal. Egal, also wie das so ist als Nominierter, da haben dann die Abstimmungsergebnisse eher andere Leute bevorzugt als den Buerto Partida Podcast, aber er hat uns damals ja auch schon erzählt, das ist in der SEG 007, also in der siebten Ausgabe, wie das so war. Ich dachte, er könnte das jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Na gut. Egal. Dann gucken wir weiter. Ich höre Geräusche. Johannes? Hallo, hallo. Hallo. Gibt es irgendwas aus der Technik-Ecke? Mir ging es ähnlich wie dir, dass ich jetzt auch nicht so viel Zeit hatte, aber ich muss auch sagen, ich glaube, so viel ist auch gar nicht passiert, also zumindestens, also ich entschuldige mich, wenn ich irgendjemanden übersehen hätte jetzt, aber ich hatte auch wirklich, finde ich, Zeit, das heute nochmal alles nachzurecherchieren, aber ich glaube, es war recht ruhig in den letzten 14 Tagen. Ja, heute ist mir ein interessanter Tweet. Ja, heute ist mir ein interessanter Tweet unter die Füße gekommen vom Resonator Podcast, das, sorry, da war der Henning Krause dahinter und der schrieb, auf aktuellen Android-Geräten könnt ihr unseren Podcast nun direkt aus den Suchergebnissen der Google-App, beziehungsweise Android-Suchleiste heraus hören und auch ohne separate Podcatcher-App abonnieren. Ja, Google hatte was angekündigt, dass sie da mehr machen, aber ich hatte noch keine Zeit, mir das genau anzugucken und ich meinte eigentlich, es wäre auch nur eine Ankündigung, aber vielleicht ist auch schon mehr passiert. Ich hatte leider noch keine Zeit, mir das genau anzuschauen. Er schickt da so Screenshots mit und der Markus Völter fragt dann daraufhin, was musstet ihr dafür tun, sozusagen, um diesen Service zu bekommen und Henning antwortet, nix, aktuelles Android-Gerät zur Hand nehmen, bei dir geht's auch automatisch. Und dann haben die beiden das ausprobiert und Markus sagt, hey, das ist ja cool. Henning erklärt dann noch, gute Podcasting-Plugends schreiben die Feed-URL in den HTML-Metadaten-Header und da schnappt Google sich dann die jüngsten Folgen her und bindet die ein. Ganz nett, bin mal gespannt auf Auswirkungen in den Abrufstatisten. Und der Markus antwortet dann noch, ja, ich bin etwas verwundert, dass mein uralt Podpress das auch macht. Also es ist wohl schon aktiv. Sehr gut. Vielmehr nur so auf. Vielleicht, dass man das mal ausprobiert. Okidoki, mehr hab ich nicht im Querbeet. Ja. Dann kommen wir zum Kalender. Seid denn, der Johannes ist schon wieder da. Besser Johannes da. Anscheinend nicht, dann. Feuerfliege an goldener Papagei, Feuerfliege an goldener Papagei. Gut. Nein. Ok, dann kommen wir zum Glück. Und jetzt ist wieder zwischendurch ein kleines Wunder passiert. Ich habe ja eingangs gesagt, der Lars ist in Berlin bei der ILA, also bei der Internationalen Luftausstellung, bei DLR und ESA und Raumfahrt und in Sachen auf Distanz unterwegs. Wie gesagt, auf Distanz, den Twitter-Kanal, da hält er uns auf dem Laufenden und er ist nicht da. Ja, aber der Mann hat natürlich sein Podcast-Equipment mitgenommen und hat offenbar jetzt gerade eben im Hotelzimmer oder wo auch immer, dann die nächsten Termine, die er eigentlich gesagt hat, die er heute nicht liefern kann, dann doch noch fertig gemacht. Er hat uns einen Terminübersicht gemacht und die spielen wir jetzt einfach mal ab. Hier ist der Termin, Heini mit seinen Terminen. Hallo allerseits, ich habe nochmal eben kurzfristig die Termine aufgezeichnet mit einem recht provisorischen Setup. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate, genau wie immer. Vom 2. bis zum 4. Mai ist die Republika in Berlin und mittendrin am 3. Mai gibt es wieder ein PodcasterInnen-Treffen. Das beginnt um 19 Uhr auf dem Sonnendeck im Hof der Station Berlin. Ein Ticket für die Republika braucht ihr dafür nicht. Weitere Infos gibt es in einem eigenen Thread im Sendegate. Wer am 4. Mai nicht bei der Republika ist, der ist vielleicht in Augsburg. Da gibt es das dritte PodcasterInnen- und HörerInnen-Treffen Augsburg. Das findet statt im Riegele-Wietshaus. Beginn ist um 19 Uhr. Am 8. Mai geht es dann nach Hamburg. Da findet zum ersten Mal die Science-Podcast-Night statt. Diese Veranstaltung möchte PodcasterInnen und Podcaster auf die Bühne bringen. Und dieses Mal auf der Bühne sind dabei Nora Ludewig und Markus Völter vom Podcast Omega Tau. Es geht um das Thema Ozeane und ihre Erforschung. Mit dabei sind Sundge Schmidko vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Ben Rabe vom Alfred-Wegener-Institut. Veranstaltungsort ist das Lichtmeskino in Hamburg-Altona. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es unter science-podcast-night.de und dort gibt es auch Tickets. Ebenfalls am 8. Mai ist eine Veranstaltung in Berlin. Da trifft sich die deutschsprachige Berliner Podcast-Community bei We Are Producers in Alt-Treptow an der Grenze zu Neukölln. Die Veranstaltung läuft von 18.30 Uhr bis 21 Uhr. Willkommen sind alle vom Podcast-Küken bis zu den alten Hasen. Auch in Berlin ist am 2. Juni dann der Day of the Podcast. Da wird den ganzen Tag live gepodcastet und man trifft sich dafür im Kiez-FM-Studio des Pangea-Hauses. Weitere Infos dazu gibt es unter dayofthepodcast.de. Während dieser Veranstaltung ist auch ein Podcasting-Meetup zu Gast. Das Ganze ist dann von 16 bis 18 Uhr und es geht um die Fragen, wie nehme ich einen Podcast auf und wie stelle ich einen Podcast online. Von der einen Großstadt in die andere. Ebenfalls am 2. Juni gibt es eine Veranstaltung in Paris. Da fehlte mir jetzt die Zeit, das genauer anzusehen, aber ein paar Grunddaten habe ich da hoffentlich richtig rausgelesen. Die Webseite ist französisch. Der Veranstaltungsort ist auf dem Campus Gessieux der Universität Pierre und Marie Curie im 5. Arrondissement. Die Veranstaltung ist von 10 bis 18 Uhr. Das Formular zur Anmeldung soll am 28. April um 12 Uhr freigeschaltet werden. Am 12. Juni ist der Radio Days Europe Podcast Day. Der findet statt in Kopenhagen und bezeichnet sich selbst als der Treffpunkt für die Welt des Podcastings. Tickets kann man auch buchen. Die und weitere Infos gibt es im Netz unter radiodayseuropepodcastday.com. Am 6. Juli ist dann wieder das Podcasting-Treffen Pottruhe. Das findet wie immer statt im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 9.10 Uhr. Ebenfalls am 6. Juli ist das 18. Podappler-Treffen. Dieses Mal in der Barbecue-Edition bei Tinova im Garten. Beginn ist um 19 Uhr. Das wäre es für dieses Mal. Im Termin-Wiki gibt es natürlich die ganzen Links nochmal zum Nachlesen und Anklicken. Und auch weitere Infos zu den Veranstaltungen und genauere Adressen. Und wie immer, das Wiki ist offen für weitere Einträge. Wer also hier im Sendegarten mal eine Veranstaltung genannt haben möchte, einfach dort eintragen. Dann ist das beim nächsten Mal mit dabei. Grüße aus Berlin in den Garten. Tschüss. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank und ganz liebe Grüße auch zurück nach Berlin. Das ist ja wirklich eine tolle Überraschung. Danke Lars. Also dich kann man doch einfach wegschicken und dann bist du trotzdem da. Das ist einfach toll. Ganz, ganz großartig. Finde ich total schön. Gut. Ist der Johannes wieder da? Ja, ja. Ich bin wieder da. Okay. Ja, wir hatten gerade eine Frage, als wir beim Grimme Online Award waren. Ja, wir haben heute die Liste genannt bekommen der Nominierten für den Preis 2018. Und da sind drei Podcast-Angebote dabei. Hoffentlich haben wir keine übersehen, aber drei, die wir kennen. Und die Verleihung ist ja dann, glaube ich, in Köln irgendwie im Juni. Und vor zwei Jahren warst du ja selber da. Und ich wollte dich fragen, wie diese Veranstaltung so abgelaufen ist oder wie die so normalerweise abläuft. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, also das Spannende ist eigentlich, man erfährt das so zwei, drei Wochen vorher, dass man nominiert ist und darf niemanden davon erzählen, was unglaublich gemein ist in dem Moment. Weil man irgendwie baff, also ich war damals enorm baff, dass mich überhaupt oder uns da überhaupt jemand reingeschrieben hat, was sich später dann rausstellte, dass das der Brombeerfalter war. Und dann gibt es erst eine Veranstaltung, bei der quasi alle Nominierten zusammenkommen. Sozusagen die Pressemitteilung wird da geschrieben, die Projekte mal vorgestellt. Man kriegt so eine Mappe. Es gibt Häppchen, das ist auch immer ganz wichtig. Und dort werden dann oder wurden damals zumindest kleine Vorstellungsvideos gemacht von den einzelnen Projekten und man wird quasi nochmal so intern vorgestellt. Und dann beginnt eben das Voting, wo man eben auch für den Publikumspreis abstimmen kann. Und ich habe den Nora ja auch schon kennengelernt. Also vielleicht hier nochmal der Tipp, dass man ihr da zwei Stimmen hinterlässt. Weil das ist einfach eine super nette, die war auch bei so einem Podcast-Treffen hier in Köln, das wir mal hatten. Und da drücke ich ihr ganz fest die Daumen. Und dann kommt es zu dieser Veranstaltung. Und diese Veranstaltung ist sehr spannend. Weil man sitzt auf seinem Platz, man weiß nicht, ob man gewinnt. Ich glaube auch, dass die Gewinnträger es nicht wissen. Man fiebert ein bisschen mit. Und es gibt gute Häppchen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und dann hofft man, sobald die eigene Kategorie drankommt, dass man eben gezogen wird oder beziehungsweise vorgestellt wird. Dazu gibt es ein Heft, wo man eben auch nochmal das Projekt näher erläutert bekommen hat. Und insgesamt ist es danach immer ein bisschen komisch. Also zumindest, wenn man nicht gewonnen hat, ist es so, war es für mich so ein bisschen schade. Schade. Und was kann man denn jetzt noch, also ich glaube so die Woche danach hatte ich keinen Bock mehr irgendwie, weil man in so ein Loch danach gefallen ist. Also mir ging das zumindest so. Aber zum Glück haben wir ja ein Team. Das heißt, dann hat man sich da wieder aufgerappelt. Und auch durch die Hörerinnen und Hörer, die ja eben kommentieren und so. Da weiß man dann wieder, okay, man macht es ja eigentlich nicht wegen dem Preis, sondern wegen den Hörern und Hörerinnen. Und dann hat sich das wieder entspannt. Aber im ersten Moment war das tatsächlich frustrierend sogar. Im Nachhinein, muss ich zugeben, hat das schon viel gebracht. Das heißt, im Grunde genommen bin ich mit der Produktionsfirma, für die ich jetzt eben arbeite, dann erst ins Gespräch gekommen und so. Also ich habe an zwei Universitäten Podcast-Workshops gehalten und so oder darüber berichtet, über Podcasting. Das hat dann schon eine Auswirkung, auch wenn man nur nominiert ist. Und wenn man gewinnt, natürlich umso besser. Und deswegen hoffe ich oder drücke ich der Nora ganz doll die Daumen. Es wäre ja schön, wenn es wieder mal weitere Podcast-Projekte wären, die da auch gewinnen. Jo, prima. Vor allen Dingen zu hören, dass auch wenn man nicht ganz vorne steht, dann es trotzdem eine erfolgreiche Geschichte sein kann. Werden denn da pro Kategorie immer nur wirklich die Gewinner genannt? Oder gibt es da auch so dritter Platz, zweiter Platz, erster Platz Geschichten? Also es ist so, es wird die Kategorie in einem rapiden Schnelldurchlauf kurz vorgestellt. Also Unterhaltung und Kultur war das damals bei uns. Und dann gibt es da 1 bis x Preise. Also man weiß eben nicht, wie viele wirklich da gewinnen. Und in unserer Kategorie war es so, wir waren 5 Nominierte in Kultur und Unterhaltung. Und wir waren das einzige Unterhaltungsformat. Die anderen hätte ich jetzt eher bei Kultur eingestuft. Und dann, der erste Preis war durch und wir, oh schade. Dann hieß es, ja, es gibt noch einen zweiten. Und wir so, oh, wieder Spannung. Dann wurde der auch nicht an uns gegeben. Dann wieder, oh schade. Aber es gibt noch einen dritten. Und bei drei Preisen in dieser Kategorie, da war das dann schon ein Auf und Ab. Und dann natürlich auch schade, dass wir nicht gewonnen haben. Aber unterm Strich ging es dann gut aus. Ja. Okay, dann kann sich die Nore ja auch was gefasst machen. Und die Rieter, die müssen aber schon dann da hinfahren. Alle Nominierten werden dann auch da zu der Party eingeladen. Genau, also in dem Fall von Nora ist es ja nicht so schwierig, weil sie wohnt ja, glaube ich, in Köln. Von daher hat sie jetzt eine kleine Anreise. Ich meine sogar, dass man die Fahrtkosten bezahlt bekommt. Und es ist schon sehr gewünscht, dass dann jemand da ist oder halt zumindest ein Vertreter da ist. Also es hat damals auch die Straßenbloggerin, ich nenne es jetzt mal so, weil ich den genauen Begriff nicht weiß, Barbara war nominiert und hat gewonnen, die ja als Künstlerin eh anonym ist. Die war nicht da, aber hatte quasi eine Vertreterin geschickt, die dann auf die Bühne kam, überwältigt war und meinte, ja, jetzt glaubt mir wieder niemand, dass ich nicht Barbara bin, aber ich bin es wirklich nicht. Ich hatte nur mal mit ihr Kontakt und jetzt stehe ich hier. Das war ganz charmant. Kann man sich vorstellen. Wo ja alle neugierig sind, wer sich hinter dem Pseudonym eigentlich verbirgt. Ja, aber es ist vielleicht auch sinnvoll, sich eben davon nicht verleiten zu lassen. Auf jeden Fall. Na klar. Schönen Dank. Da können wir uns ein bisschen was darunter vorstellen und dann bin wir gespannt. Achso, kann man da als Normalbürger auch hingehen, als ins Publikum oder muss man da eingeladen werden? Nee, man muss da eingeladen werden und wir durften im Jahr drauf, durfte ich mit einer Person noch dran teilnehmen. Also quasi ich war dann nochmal dort. Da werden dann die Faktkosten auch nicht mehr bezahlt. Und im Jahr zuvor, sage ich mal, also als wir nominiert waren, hat man zwei Plätze normalerweise und ich hatte damals dann meine Autoren mit auf die Liste schreiben lassen, auf die Warteliste, wenn quasi Leute absagen oder es nicht voll ist, dann darf man da aufrücken. Und ich habe halt eben gesagt, wir haben noch nie alle Autoren, also was zu dem Zeitpunkt auch stimmt, und wir hatten noch nie alle Autoren an einem Ort. Es wäre echt schön, wenn wir die mal, wenn es wenigstens ein Zusammentreffen gäbe. Und das konnten wir eben dank dem Grimma Online Award dann auch realisieren, dass eben damals Lars, Jonas, ich und Stefan Baumann daran teilnehmen durften. So ist das also. Aha, okay. Gut, dann noch ein weiteres Mal Dankeschön für die Schilderung und dann kommen wir tatsächlich ans Ende unserer Sendung. Wie eingangs gesagt, die Setzlinge fallen heute aus, die sind der fehlenden Zeit geschuldet, aber sowohl der... Entschuldigung, das hört sich so an, nur weil wir jetzt vier Stunden, nee, drei Stunden gepodcastet haben. Nein, der fehlende Vorbereitungszeit, aber du hast recht, ich habe das nicht präzise ausgedrückt. Nein, nein, das ist ja auch okay. Entschuldigung. Nee, nee, du darfst ja auch lachen, also es ist ja nicht verboten, im Garten zu lachen. Geh sie zum Lachen mit ins Haus. Eine Fliege und ein Fettnäpfchen. Egal, egal. Nein, nein, Entschuldigung, ich habe das nicht klar ausgedrückt, also ich wollte sagen, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Punkt. Das Tickel schreibt, sorry, ich muss Lars kurz vorlesen, der geht doch zum Lachen in den Garten. Das fand ich sehr charmant gerade. Genau. Das ist der einzige Platz, wo man das auch darf. So. Genau, bei mir im Podcast ist das nicht erlaubt. Nee, genau, du machst ja nur ernste Sachen. Ja. Perfekt durchchoreografierte, ernste Sachen. Und alles, was nicht funktioniert, wird rausgeschnitten. Genau so ist das, ja. Gut, kommen wir zum Ende und damit auch zu den Blütenschätzen, denn die haben wir tatsächlich mitgebracht. Jetzt haben uns die Vögelchen alle wieder aufgeweckt und mitgebracht hat uns der Johannes einen Blütenschatz. Johannes, was hast du denn in der letzten Zeit wahrgenommen, was sich besonders bewegt hat im Podcastland oder wo auch immer? Also was ich absolut empfehlen kann im Moment, die Diskussion geht ja gerade heiß umher, die Datenschutz-Grundverordnung kommt am 25. Mai und davon sind wir Podcaster ja auch nicht unbetroffen, weil quasi jeder Blog oder jedes Cookie, das gespeichert wird, da drunter fällt und eben welche personifizierten Daten kann ich sammeln und was darf ich, was darf ich nicht. Und das hat eben die Rechtsbelehrung von Markus Richter und Thomas Schwenz sehr, sehr schön. Schwenke heißt er. Dr. Thomas Schwenke. Danke. So viel Zeit muss sein. Danke. Es war so klein auf meinem Handy jetzt gerade, dass ich es nicht richtig lesen kann. Ja, das verstehe ich sehr gut. Das verstehe ich sehr gut. Ja, mit 35 braucht man eine Stärke. Ja, egal. Und diese Rechtsbelehrung möchte ich sehr empfehlen, weil in der ersten Folge vom 5. April, also das ist die Folge 54, aber die erste Folge zu dem Thema, da erklären die erstmal die Datenschutz-Grundverordnung und das ist glaube ich auch eine der längsten Folgen, die die gemacht haben, aber das ist schon mal sehr spannend zu hören und was bedeutet das jetzt denn eigentlich alles für uns und was müssen wir da umsetzen, dass es in der aktuellen Folge, das ist die 55, eben nochmal im Detail aufgeschlüsselt und ja, das lege ich jedem sehr ans Herz, der zum einen irgendeinen Podcast macht oder eben einen Blog betreut, weil ja, das ist nicht so einfach möglich, das umzusetzen, wie man vielleicht denkt. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch bei unseren Kommentaren für Akte Aurora gibt es ein Häkchen, dass man anklicken muss, dass wir die E-Mail-Adresse speichern, was eigentlich selbstverständlich ist, wenn man die da eingibt, aber man muss eben aktiv bestätigen, dass diese personifizierten Daten gesammelt werden, was ja durchaus nicht schlecht ist, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe genau heute Morgen vom Datenschutzguru gehört, dass das Häkchen an der Stelle aus seiner Sicht totaler Schwachsinn ist, aber wie war das, zwei Juristen, drei Meinungen oder so? Nee, also das sagen die in der Rechtsbelehrung quasi auch, dass es, dass diese Art etwas blöd gelöst ist, aber zumindest wird man damit wahrscheinlich anders umgehen müssen in Zukunft und das ist eigentlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also was zum Beispiel auch kritisch ist, ich weiß jetzt nicht, das habe ich vom Falk aufgeschnappt, dass man bei einer Veranstaltung, wo man sagt, werfen Sie am Schluss einfach Ihre Visitenkarte in die Box und dann schreiben wir sie an, das ist eigentlich nicht mehr möglich, weil du eben aktiv bestätigen musst, dass Sie diese Daten speichern und niemand sagen kann, dass ich nicht die Karte von Martin Rützler da reingeworfen habe oder so? Ja, also ich halte es da tatsächlich mit Stefan Hans und Özt, man kann die Schraube auch zu weit drehen, also alles irgendwo im Rahmen behalten. Wenn ich die Karte nehme als Hinweis, dass da jemand Interesse hat und ich wende mich zuerst einmal an den und frage nochmal nach, also quasi dieses Double Opt-In, was ja eigentlich sowieso guter Standard ist, dann sollte das normalerweise okay gehen, würde ich jetzt auch so sehen. Aber gut, man kann es natürlich auch mit scharfer Linse anschauen und sagen, ja dann geht es also gar nicht mehr. Der Witz ist ja, die allermeisten Regelungen, wo wir gerade jetzt so draufstarren und denken, das muss jetzt unbedingt gemacht werden, die gibt es ja heute schon. Also das ist ja nichts völlig Neues. Also ein paar Sachen kommen dazu, aber es ist jetzt nicht die Welt komplett neu erfunden worden. Es machen im Moment ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viel Wind, weil sie wahrscheinlich auch gewisse Eigeninteressen damit verfolgen. Denn klar, wenn ich dir erzähle, dass alles ganz neu ist und du unbedingt aufpassen musst, dann nimmst du vielleicht meine Beratungsleistung eher in Anspruch. Also ich bin eher geneigt zu sagen, langsam, langsam, langsam. Jetzt müssen wir nicht die Welt komplett neu erfinden. Wenn wir erstmal unsere guten Hausaufgaben machen und die Transparenzgebote erstmal wahrnehmen, dass wir unseren Kunden nicht einfach irgendwie etwas unterjubeln, von dem die gar nicht ahnen, dass es passiert, wenn wir denen erstmal transparent gegenübertreten und dann noch eine, wie auch immer, eine geartete aktive Handlung haben. Das kann auch sein, dass jemand dir seine Visitenkarte in die Hand drückt. Dann hast du schon mal eine ganz, ganz gute Grundlage. Würde ich jetzt so rechtfertigen. Genau. Ich denke, es muss, wir müssen da eh auf die Praxis warten. Und ich sag mal so, es hatte jetzt die Auswirkung für uns, dass wir zum Beispiel keine IP-Adressen mehr speichern, beziehungsweise die nur verschlüsselt speichern auf unserer Webseite. und auch bei Puerto Partida sämtliche IP-Adressen einfach mal rausgelöscht haben, bei den bisherigen Kommentaren. Da sind, ich sag mal so, man wird es in der Praxis sehen, es wird auch gar nicht alles wahrscheinlich durchkommen können, aber ich sag jetzt mal, für den Privatanwender, man muss auch nicht unbedingt alle Daten sammeln, die es auf der Welt gibt, nur weil es möglich ist. und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt im Moment quasi so mit dem Spiegel gezeigt bekommt. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nur das ist nicht neu. Also das Gebot der Datensparsamkeit, oder heute heißt es Speicherbegrenzung, das gibt es seit zehn Jahren. Also das ist gut, dass man jetzt mal drauf guckt, das finde ich in Ordnung, weil die Bußkeller natürlich auch enorm in die Höhe geschraubt worden sind. Aber das ist alles nicht neu. Da tun jetzt Leute tatsächlich so, als wenn die Welt komplett neu erfunden wäre. Nein, das ist nicht so. Und die IP-Adresse, die ist Mitte letzten Jahres zu einem personenbezogenen Datum richterlich erklärt worden, ich glaube vom EuGH. Und das BGH hat sich auch angeschlossen. Also das ist auch nicht neu. Die durften es schon seitdem dann nicht mehr speichern. Ja, aber umso besser, dass man eben da ein bisschen aufgerüttelt wird. Also ich sage mal, das ist ja das Problem, dass eben WordPress die ja automatisch speichert und man sich da ja, was machen wir damit? Wir machen ja auch gar nichts damit. Was sollen wir damit? Es ist nur, also die IP-Adresse in der Webseite wird ja dafür benutzt, um zu sehen, hat er schon mal wann anders gepostet. Bei einer Abstimmung kann ich damit unterbinden, das nicht unbedingt mehrfach abgestimmt wird oder so. Aber letztendlich braucht man es halt auch einfach nicht. Und diese Art der Datensparsamkeit wurde halt bisher nicht so richtig umgesetzt, sage ich mal. Beziehungsweise, ich muss auch zugeben, dass ich es bisher A, nicht gewusst habe. Oder klar, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber mir war das nicht bewusst. Und dadurch, dass es halt WordPress integriert hat, denkt man, das wird schon passen. Ja, das ist auch völlig in Ordnung, dass wir als Anwender hoffen darauf, dass das die Großen schon richten. Und das ist auch gut, dass gewisse gesetzliche Auflagen existieren, wo man eben dann auch von Anwendern eben, oder von Anbietern verlangt, dass die das dann eben auch so herrichten. Also wenn ich ein Auto kaufe, dann gehe ich auch davon aus, dass da die Profiltiefe am Auto, am Rad erstmal stimmt, wenn ich da einen Neuwagen kaufe, dass die mir da nicht abgefahrene Räder da drunter machen. Da darf ich dann, da darf ich auch schon mal erwarten, dass das so ist, klar. Also sehr, sehr spannend. Und ich fand das auch sehr, sehr interessant, wie die beiden das aufbereitet haben. Hast du auch wahrgenommen, oder das auch so verstanden, dass sie diese erste Episode, diese sehr lange, grundsätzliche Episode, dass sie die zweimal aufgenommen haben, weil sie sich zwischendurch irgendwie die Wolle gekriegt haben? Ja, weil sie über ein Thema eben zu lange gesprochen haben und sich dann enorm verloren haben, sodass sie eben das dann ausgegliedert haben. So habe ich es zu Ende verstanden. Und jetzt der Vogel, der piepst im Hintergrund. Dieser neuseeländische Vogel. Also piepsen war das gar nicht. Der machte ordentlich Krach. Bei dem Hörbeispiel, was sie dann zum Schluss gebracht haben, das hätte man nicht ertragen können als Zuhörer, das stimmt schon. Aber es ist schön auch, dass die beiden sich dann auch doch deutlich uneinig waren in der Deutung vom Ganzen, wo der Rechtsanwalt Schwenke, Dr. Schwenke, dann auch nochmal so eine juristische, wie soll man, Gleichmut an den Tag gelegt hat. Und Markus Richter da so als Verteidiger der Grundrechte und Freiheiten und überhaupt, das ist doch ethisch und moralisch und so weiter, eingestiegen ist. Das war sehr schön. Ja, aber davon lebt ja auch dieses Format. Also deswegen ist es ja auch so spannend. Genau. Ein sehr schöner Blütenschatz kann ich auch von meiner Seite durchaus nur unterstützen und unterstreichen. Sebastian, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich schlage mal gleich ein bisschen in die gleiche Kerbe. Nein! Wer das Ganze gerne mal in Textform etwas mehr hätte, den kann ich empfehlen, unter anderem den Vianas Writers Blog und Podcast. Fangen wir doch mal erst mal mit dem Podcast an, der ist auch sehr interessant. Den höre ich auch schon seit ein paar Folgen und da geht es halt ja um Autoren und Autorinnen, also sehr viele Autoren, Themen und solche Geschichten. Allerdings auch so Sachen wie Prokrastination, also auch schon so allgemeine Dinge, die irgendwie alle irgendwie betreffen. und Claudia hat einen speziellen Bereich für die DSGVO gemacht, wo also einige Blogartikel auch sind. Ja, und da kann man sich auch noch mal querlesen, um das ganze Thema mal so in Textform. Finde ich sehr schön, komprimiert aufgearbeitet und zusammengefasst. Prima, Dankeschön. Dann hat uns der Lars tatsächlich auch noch einen Blütenschatz reingereicht. nicht nur die Termine hat er uns gegeben, sondern auch noch einen Blütenschatz reingereicht. Es ist, hier schreibt mal wieder einen Zeitsprung, den hat er ja, also Zeitsprung, die Geschichten aus der Geschichte hat er ja schon mehrfach als Blütenschatz erwähnt. Diesmal die Folge 132, Gesche Gottfried, der Engel von Bremen. Eine eher unschöne Geschichte, aber sehr toll aufbereitet. Also der Zeitsprung.fm, die Folge 132. Dankeschön, Lars. Kannst du noch vorlesen, was er um 23.38 Uhr geschrieben hat? Das finde ich großartig. Ich wollte prokrastinieren, habe dann aber lieber was anderes gemacht. Das hätte ich gerne auf einem T-Shirt. Das ist echt großartig. Er ist ein Philosoph. Guck mal, ein Philosoph. Sehr schön. Von den, von den wahren Philosophen zu den, zu den noch wahreren Philosophen bringt mich mein Blütenschatz. Ich bin mal gespannt, ob ich das hier mit dem Live-Einspieler hinkriege. Und zwar ist das mal wieder, wir machen ja auch immer quasi dieselben Erfahrungen. What's in your pants? Pants? Ich lerne es nie lernen. Also, what's in your pants? Der Podcast mit dem Transmann Tobi und der Jörn Schaar, der ihn dazu interviewt. Und die beiden haben sich in der 35. Episode wieder über die, ja, über den Weg von Tobi unterhalten. Und es gab eine Stelle, wo sie über Lautstärke und über Tobis Stimme sozusagen gesprochen haben. den habe ich gehört und musste in dem Moment wirklich schall lachen, weil es etwas ist, was wir wahrscheinlich alle als Podcastende kennen. Ich habe ihn da nicht vorbereiten können. Ich versuche ihn mal jetzt hier live einzuspielen. Mal gucken, wie das ist. Ja. Ich glaube inzwischen auch, dass mindestens 30 Nachbarn auch wissen, wer ich bin. Also, weil es ist ja schon so. Wo, Nachbarn in Kiel oder? Ja, ja, genau. Weil, weil, also wenn man halt auf dem Balkon sitzt und redet, dann hört ja auch einfach die ganze Nachbarschaft mit zu, ist einfach so. Ja, wenn man vor allem so redet wie du. Ich rede nicht so laut. Nein. Nein. Das sehe ich immer in der Nachbearbeitung, wie nicht laut du redest. Man hört manchmal auf meiner Mikrofonspur mehr von dir als von mir. Vielleicht liegt das daran, dass ich immer so nahe komme. Nein. Nein. So, das soll es gewesen sein. Dieses, achso, da, ja, ist alles durcheinander hier. Dieses, ich habe mehr von dir auf meiner Tonspur als von mir selber. Das ist, das ist mir so, das war mir so in dem Moment so plastisch vor Augen und ich musste so lachen, weil ich das auch aus anderen Situationen, aus eigener Erfahrung kenne. Das war wirklich ganz, ganz groß. Also, und diese trockene Art und Weise, wie die beiden darüber reden. Also, sehr schön. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Das ist jetzt mal mein Blütenschatz für diese Woche. Nein, für dieses Mal. Gut. Damit sind wir durch. Lieber Sebastian, lieber Johannes. Haben wir es geschafft. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Also, ich podcaste ja eh gern mit euch beiden und Lars natürlich und Marc und so. Aber, ja, war wieder eine tolle Sendung, würde ich sagen. Ja, fand ich ja auch. Einen tollen Gast. Das möchte ich auch sagen und wer mehr von Johannes hören möchte, dem sei die Sendegarten Episode 7 empfohlen. Da war er, wie haben wir denn, wie haben wir dich genannt? Habe ich vergessen. Den Namen habe ich gerade vergessen. Aber die, das ist ja, zum Glück sind sie ja durchnummeriert. Da kann man nochmal etwas mehr über den Johannes hören. Und ansonsten, ab nächsten Montag, den 30.05. gibt es dann das neue Projekt Akte Aurora. Die Webseite wird scharf geschaltet und alle Informationen werden dort niedergeschrieben und wer mitmachen will, ist auch aufgefordert, sich zu melden und Fragen zu beantworten. Mit Rätseln, mit Raten, zum Agenten werden, von der Feuerfliege über den Zebrafisch zum goldenen Papagei werden. Das ist doch gelacht, das muss doch möglich sein. So, genug der Kim ist Werbung. Normalerweise überlasse ich das ja dem Jan Gießmann. Der kann das aufwesentlich besser als die. Jetzt live. Genau. Doink, 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 doink. Okay. Ja, Jan Gießmann wird dabei sein. Also nur ganz kurz, in der, in der ersten, im ersten Fall wird Jan Gießmann eben dabei sein. Es wird Gästeliste Geisterbahn als Zeugen dabei sein im zweiten Teil. Und ich habe Christina Pucciata auch mit an Bord holen können für die Chefin der ganzen Organisation. Das ist eine Sprecherin, die eben hauptsächlich auch Computerspiele synchronisiert und so. Und ich hoffe einfach, dass es ganz toll wird und ihr das genauso mögt wie wir. Jo. Der Lars ist natürlich nicht nur Jo, habe ich gesagt. Puh. Jetzt hast du das auch noch untergebracht. Sorry, ich war jetzt ein bisschen locker. Sorry. Ist gut so. Wann fangen wir eigentlich mit dem Podcast an? Der Sendungstitel der siebten Ausgabe vom Sendegarten war Enzyan. Da haben wir das Cyan drin eingebaut. Richtig. Jetzt erinnere ich mir auch dunkel wieder. Genau. So, du bist jetzt locker, du machst jetzt Lockerungsübungen im Garten? So ungefähr, genau. Also ich weiß, war das nicht in den 70er Jahren, wo dieser Trimm-Dich-Pfad im Wald so. Das kommt sogar in der zweiten Folge, also quasi im ersten Fall kommt auch der Trimm-Dich-Pfad kurz vor. Trimm-Dich-Fit, genau, richtig. Dieses kleine Männchen da und dann haben sie überall so komische Gerätschaften im Wald aufgebaut. Ja, das gab es überall. Grauenvoll, grauenvoll. Ach, ich finde es eigentlich super. Pau, wow, sage ich nur. Ja, nochmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, vielleicht auch irgendwann mal wieder. Ja, sehr gerne. Oder beim Potsdok. Ja, da hoffen wir ja dann, genau, auf gutes Wetter und eine schöne, was auch immer, Bühnenshow oder was ihr da veranstalten wollt, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Okay, ich danke dir, Johannes, dafür, dass du uns das alles erzählt hast. Ich danke Sebastian, dass er hier mit uns gemeinsam das Ganze gestaltet hat und ich danke den Hörerinnen und Hörern und auch dem Chat, der heute recht lebendig gewesen ist und ja, wir haben ja häufiger mal Bezug darauf genommen. Es ist schwierig, da nicht immer hinzugucken und sich ablenken zu lassen. Ich habe zwischendurch so ein bisschen mehr versucht reinzugucken, weil Lars ja nicht da ist und sich gekümmert war und sich gekümmert hat. Er hat jetzt schon wieder den Moderator des Chats mit übernommen, die Moderation des Chats mit übernommen. Dafür auch an der Stelle, Lars, ganz herzlichen Dank. So, da sind wir durch. Bleibt es nur, uns zu verabschieden und zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Gute Zeit. Tschüss. Gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.